Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 206 vom 25. September 2020 und an den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Ulf Burmeier, das bin ich und am anderen Ende der Leitung Philipp Bannse, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid, ganz herzlichen Dank für euer Interesse und eure Unterstützung, für die Lage, in der wir ja einmal in der Woche zusammenfassen, was in der zurückliegenden Woche so passiert ist, was uns dort interessiert hat, was wir so für relevant halten und da gibt es in dieser Woche eine ganze Menge, deswegen würde ich sagen, Ulf, fangen wir gleich an nach einer kurzen Unterbrechung. Mehr Klimaschutz, Anstrengungen sind weiterhin natürlich dringend nötig, das haben nicht zuletzt der Hitze, Sommer und die Waldbrände jetzt in Kalifornien gezeigt, um diese dramatischen Entwicklungen zu stoppen und eine lebenswerte Zukunft für die junge Generation einzufordern, sind aktuell wieder zehntausende Menschen für Fridays for Future ja auf der Straße. Die Politik muss was tun, das ist klar, aber jeder und jede von euch kann schon heute ganz einfach mehr für den Klimaschutz machen, nämlich grüne Energie beziehen. Mit echtem Ökostrom und echtem Biogas von unabhängigen Ökounternehmen wie Naturstrom vermeidet ihr aktiv die Verbrennung fossiler Energieträger und verringert damit auch euren CO2-Fußabdruck. Durch Strom und Gas von Naturstrom bekommt ihr aber nicht nur selbst klimaneutrale Energie in Deutschland, sondern ihr sorgt auch dafür, dass neue Solar- und Windenergieanlagen gebaut werden. Im Gegensatz nämlich zu vielen anderen Anbietern fließt bei den Naturstromtarifen pro verbrauchter Kilowattstunde ein fester Förderbetrag in den Bau weiterer erneuerbarer Energienanlagen und das ist garantiert. So wird klimaschädliche fossile Energie weiter aus dem System gedrängt. Naturstrom setzt sich darüber hinaus auch politisch für bessere Bedingungen beim erneuerbaren Ausbau ein und ist auch bei den Klimastreiks mit dabei. Wenn ihr jetzt zu Naturstrom wechselt, passieren drei tolle Sachen auf einmal. Erstens, das Klima sagt Danke, ihr bekommt 30 Euro Startguthaben und die Lage bekommt auch nochmal 20 Euro überwiesen. Geht jetzt also einfach zu naturstrom.de-lage, könnt ihr jetzt gleich machen, während ihr die Lage hört, naturstrom.de-lage. So bringt ihr einfach mit eurem Strom- und Gasvertrag aktiv die Energiewende voran. Ja, da sind wir wieder und schauen in dieser Woche am Anfang dieser Lage der Nationen über den Atlantik. Wir betrachten die Situation in den Vereinigten Staaten von Amerika, denn dort hat in den vergangenen Tagen der Tod einer berühmten Richterin am US Supreme Court für Aufsehen gesorgt. Und auch Donald Trump hat nochmal einen großen Schluck aus der Ölkanne ins Feuer der autokratischen Entwicklung gegossen. Philipp, was ist da los? Das ist ja ein schönes Bild, aber es wird gleich klar, was gemeint ist. Die Entwicklung in den USA wird übrigens auch, könnte zumindest so ein paar Gedanken von uns Auswirkungen bis nach Deutschland haben, aber dazu später mehr. Zuerst mal traurige Nachrichten, wie gesagt, aus den USA. Dort ist die Richterin Ruth Bader Ginsburg gestorben, kurz RBG. Genießt ja nicht nur bei Juristen und Juristinnen Kultstatus, sondern ist auch Ikone einer ganzen Bewegung und einer ganzen Gesellschaftsschicht geworden. Im Alter von 87 Jahren erlag sie einer Krebserkrankung und damit ist ein Sitz am US Supreme Court frei geworden, also dem obersten Gericht in den USA. Und das Recht zur Nachbenennung hat der Präsident, also Donald Trump. Genau, der kann das natürlich nicht ganz alleine, sondern diese Ernennung muss dann noch vom Senat bestätigt werden. Aber im Grundsatz jedenfalls liegt damit der Ball im Spielfeld von Donald Trump. Und das ist nun nicht irgendein Präsident, sondern ganz im Gegenteil. Donald Trump hat in den bisherigen knapp vier Jahren seiner Amtszeit die Vereinigten Staaten ganz deutlich auf den Weg in eine Autokratie gesteuert. Und das ist jetzt nicht nur unsere Bewertung, sondern PolitikwissenschaftlerInnen haben da inzwischen Skalen entwickelt, mit denen sie messen können tatsächlich, ob sich ein Staat oder ein politisches System in Richtung auf eine Autokratie hin entwickelt. Und diese Skala oder eine der Ansätze, um sowas zu messen, heißt Varieties of Democracy. Philipp, was hat es damit auf sich? Das fand ich immer auch im Politikstudium so interessant, wie Politikwissenschaftler und WissenschaftlerInnen eben an solche Messungen rangehen und dann eben gucken, wie groß ist die Meinungsfreiheit, wie sicher ist die Gewaltenteilung und so. Und entwickeln dann eben Instrumente, mit denen man halt den Zustand der Demokratie messen kann. Und Varieties of Democracy, VDEM, ist eins dieser Projekte an der Uni Göteborg, glaube ich, beheimatet. Und die haben also jetzt wieder mal gemessen und sind zu vier wichtigen Erkenntnissen gekommen. Erstens, die Verdrängung demokratischer Strukturen weltweit beschleunigt sich. Erstmals seit 2001, also seit fast 20 Jahren, sind autokratische Regierungen in der Mehrheit 92 Länder sind das weltweit, die als Autokratie eingestuft werden. Und dort wohnen über die Hälfte der weltweiten Bevölkerung. Die EU, ein weiteres Ergebnis, hat ihr erstes autokratisches Mitglied, nämlich Ungarn. Und, da kommen wir wieder an den Anfang unserer Geschichte zurück, die USA sind auf dem Weg in eine Autokratie. Das heißt, Zitat, the United States, former vanguard of liberal democracy, has lost its way. Die Vereinigten Staaten, also früher quasi an Bannerträger der liberalen Demokratie, haben so ein bisschen ihren Kurs verloren. Haben die Richtung verloren. Respekt, so heißt es dort, Respekt der Exekutive für die Verfassung ist so niedrig wie seit 1865 nicht mehr. 1865 muss man wissen, ist das Jahr, in dem der Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten zu Ende ging, mit anderen Worten, also ein wahrlicher Ausnahmezustand, wo dann tatsächlich Abraham Lincoln, der Präsident der Vereinigten Staaten, also damals in diesem Konflikt der Nordstaaten, jedenfalls auch die Grenzen der Verfassung ausgetestet hat, aber eben nicht in einer normalen Situation, sondern in einer Zeit existenzieller Bedrohung der Union als solcher. Das muss man schon als Hintergrund, glaube ich, dazu sagen. Diese Diagnose von Wiedem hat Trump diese Woche noch einmal ganz dick unterstrichen. Auf die Frage eines Journalisten, ob er sich zu einer friedlichen Übergabe der Macht hier und jetzt bekennen würde, im Fall einer Wahlniederlage war damit gemeint, da sagte Trump diese Woche, mal sehen. Er sagt, wir werden sehen, was passiert. Ich habe mich immer schon beklagt über die Briefwahl. Er sagt Ballots, aber gemeint ist die Briefwahl, das sei ein Desaster. Reporter sagt, naja, aber das verstehe ich schon, aber die Leute proben hier den Aufstand, gehen auf die Straße. Bekennen Sie sich jetzt hier und an dieser Ort sicherzustellen, dass es nach der Wahl eine friedliche Übergabe der Macht gibt. Und Trump sagt, naja, wenn wir die Briefwahl loswerden, dann wird es keine Machtübergabe geben, ehrlich gesagt. Denn dann wird es eine Fortführung in Klammern seiner Präsidentschaft geben. Dazu muss man wiederum wissen, dass nach allen Umfragen WählerInnen, die den Demokraten zuneigen, also quasi der gegnerischen Parteien in den Vereinigten Staaten, weitaus häufiger das Mittel der Briefwahl wählen, als WählerInnen, die Donald Trump zuneigen. Hintergrund dürfte eben sein, dass Donald Trump so seit Monaten massiv Stimmung gemacht hat gegen Briefwahlen, indem er immer sagt, das sei quasi der greatest scam in history, also quasi der größte Betrug aller Zeiten. Und das wirkt sich so aus, dass also jedenfalls nach allen Umfragen, man weiß es ja noch nicht, die Stimmen sind noch nicht ausgezählt, wohl wahrscheinlich die Briefwahlstimmen weit überwiegend jedenfalls demokratische Stimmen sein werden. Oder jedenfalls deutlich mehr demokratisch als republikanisch ausfallen werden. Für diese Behauptung gibt es aber natürlich keine Belege, dass Briefwahl ein wirklich großes Problem sei. Eine Sprecherin des Weißen Hauses hat zurückgerudert und gesagt, sinngemäß, so war das nicht gemeint, was Trump gesagt hat. Es werde eine, wenn denn ein neuer Präsident gewählt wird, friedliche Übergabe der Macht geben. Aber ehrlich gesagt, wer soll das glauben? Trump hat das so oft gesagt, dass er quasi diese Wahl nur verlieren kann, wenn es Betrug gibt. Und in der Zeitung The Atlantic ist diese Woche eine sehr düstere und lange Geschichte darüber erschienen, die im Kern sagt, Trump wird eine Niederlage nicht eingestehen. Niemals. Und Atlantic zeichnet da eben ein sehr düsteres Bild, was nach so einer Wahl passieren kann. Das lohnt sich, das mal zu lesen. Und Trump bestätigt das jetzt eben indirekt mit solchen Aussagen. Und dann kam halt noch eine zweite Frage, die dann auch wieder zu dieser Richterwahl zurückführt. Diese Frage war, wollen Sie auch wegen der Präsidentschaft und wegen dieser vielleicht knappen Präsidentschaftswahl, die jetzt freigewordene Richterstelle, am obersten Gerichtshof auch schnell besetzen? Und Trump sagt, ja, denn diese Wahl wird aller Voraussicht nach vor dem obersten Gericht entschieden werden. Also er sagt, es ist eine gute Frage, eine sehr berechtigte Frage. Die Sache wird vor dem Supreme Court entschieden werden. Es ist sehr wichtig, dass wir dort neun Richterinnen und Richter haben. Es wird sehr schnell gehen, meinte er. Er wird am Samstag um 5 Uhr seine Kandidatin vorschlagen für diesen wichtigsten aller Posten. Ja, also alle rechnen im Grunde damit, dass die Entscheidung vor dem Supreme Court fällt. Und deswegen sei es so wichtig, Ruth Bader Ginsburg jetzt zu ersetzen. Denn sonst stünde es eben 4 zu 4 im Gericht, das neun Richterstellen hat. Und warum ist es tatsächlich so, dass diese Wahl wahrscheinlich vor Gericht entschieden wird? Oder jedenfalls mit einiger Wahrscheinlichkeit? Na, wir haben dafür ja quasi schon einen historischen Präzedenzfall, nämlich aus dem Jahr 2000. Das war damals die Wahlschlacht von George Bush, dem Älteren, gegen Al Gore. Und damals ging es insbesondere um Nachzählungen im Bundesstaat Florida. Da hatte also der Bundesstaaten-Supreme Court in Florida entschieden, dass die Wahlzettel nochmal neu ausgezählt werden sollen. Weil es da Probleme gab mit mechanischen Wahlgeräten. Da gab es so Wahlkarten, die man mit so Wahlgeräten quasi stanzen konnte. Da konnte man Löcher reinstanzen. Und wenn man dann nicht doll genug gedrückt hat, dann sind diese Löcher nicht so richtig rund ausgestanzt worden. Dann hing da noch so ein Rest Papier irgendwie an einer Ecke. Und dann wurden die manchmal falsch gezählt. Und deswegen meinte der Supreme Court in Florida, es muss nochmal neu gezählt werden. Und der US Supreme Court hat damals in einer sehr umstrittenen Entscheidung gesagt, nee, nee, Florida, ihr hört jetzt mal schön auf mit dem Zählen. Die bisherigen Ergebnisse, und die gingen zugunsten von George Bush, dem Älteren, die bisherigen Ergebnisse stehen. Und wir wollen gar nicht mehr wissen, wie es wirklich ausgegangen ist. Auch schon eine krasse Entscheidung des Supreme Court, die jedenfalls eben im Ergebnis dazu geführt hat, dass George Bush Präsident geworden ist. Denn es hing tatsächlich an den Stimmen, die Florida in das Wahlmenschengremium entsenden kann. Und das bedeutet politisch? Naja, politisch bedeutet das eben, dass Trump, der jetzt zur Wahl steht oder seine Wiederwahl ansteht, darüber entscheidet, wer diesen Platz von Ruth Bader Ginsburg am Supreme Court einnehmen wird. Zumindest wird er einen Vorschlag machen und der wird dann wahrscheinlich auch abgenickt werden. Dazu kommen wir gleich. Aber dass sozusagen der Präsident, dessen Wahl vor dem Gericht wahrscheinlich entschieden wird, jetzt maßgeblich und nur wenige Wochen vor dieser Wahl, darüber entscheidet, wer in diesem Gericht sitzt. Ja, dann kann man sich natürlich die Frage stellen, ob die Richterinnen und Richter am Supreme Court wirklich so mechanisch in Trumps Sinn entscheiden werden, nur weil er sie benannt hat. Als Gegenbeispiel kann man da vorsichtig anführen, dass Trump ja schon zwei Richter benannt hat. Nämlich Neil Gorsuch und Brett Kavanaugh, die in der Tat in einigen wenigen Fällen nur, aber immerhin hier und da mal mit den eher liberaler gesinnten Richterinnen und Richtern gestimmt haben. Andererseits muss man aber sehen, dass so eine Wahl oder eine gerichtliche Entscheidung im Wahlrecht natürlich eine harte Machtfrage ist, wo es einfach darum geht, ob die Demokraten oder die Republikaner das Weiße Haus für sich beanspruchen können. Und dementsprechend fiel die Entscheidung 2000, von der wir gerade schon gesprochen haben, im Fall Bush v. Gore, Along Party Lines, wie das so schön heißt im amerikanischen Englisch. Also da haben die Leute so abgestimmt, wie es quasi der Parteilinie entsprach, der Partei, deren Präsident sie vor Jahren mal irgendwann für den Supreme Court nominiert hat. Also mit anderen Worten kann man festhalten, diese Nachbesetzung der Stelle von Ruth Bader Ginsburg ist sehr wichtig für Trump ganz persönlich, weil es nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass davon sein Verbleib im Weißen Haus abhängt. Also ein denkbares Szenario wäre zum Beispiel, und davor haben viele Menschen in den Vereinigten Staaten heute Angst, dass sich tatsächlich die extrem hohe und bislang nicht gekannte Zahl an Stimmen, die im Briefwahlverfahren eingeschickt werden, auf die Auszählung auswirkt. Also einer der Staaten, in denen es richtig knapp werden könnte, ist z.B. Pennsylvania. Und da hat die Webseite FiveThirtyEight, also so eine Webseite in den USA, die sich insbesondere beschäftigt eben mit Wahlergebnissen und Wahlprognosen und so, die hat mal so durchgespiegelt, was denn da passieren könnte. Denn das Interessante ist, dass es da einen demokratischen Gouverneur gibt, aber ein Parlament, das von den Republikanern dominiert wird. Eigentlich muss der Gouverneur zwar entscheiden, welche Wahlmänner entsandt werden zur Wahl des nächsten Präsidenten, aber das Parlament könnte da natürlich auch noch irgendwie reingrätschen. Und da ist es also nicht ganz unwahrscheinlich, dass im Fall Pennsylvania es in irgendeiner Art und Weise zu Rechtsstreitigkeiten kommt, ob jetzt also demokratische oder republikanische Wahlmenschen ins Wahlmenschengremium entsandt werden sollen. Und das wäre dann ein Fall, der im Zweifel immer irgendwie vor dem Supreme Court landen würde. Also deswegen ist es natürlich wichtig, also für Trump ist die Besetzung ganz besonders wichtig, die Republikaner, für die ist es besonders wichtig, weil sie halt diese Besetzung von Richterposten zu ihrer großen Mission erklärt haben, um eben republikanische, konservative Politik im System auf Jahrzehnte im Fall des Supreme Courts zu verankern, weil diese Leute zumindest im Supreme Court ja auf Lebenszeit dort sitzen. Und jetzt haben sie also die Chance, das kurz vor der Wahl eben zu tun, weil eine der neuen Richter, Richterinnen gestorben ist und jetzt halt die Neubesetzung ansteht und auch konservative Lobbygruppen machen, extrem Druck darauf, diese Stelle a, jetzt zu besetzen und b, eben mit einer konservativen Richterin, wahrscheinlich wird es dann werden, zu besetzen. Und das Ganze ist aber deswegen so heiß debattiert, weil es eben eine politische Kultur gibt, eigentlich diese Richterplätze, wenn sie kurz vor der Wahl frei werden, eben nicht zu besetzen, sondern zu warten, wie entscheiden denn die Leute, wer wird der neue Präsident, die neue Präsidentin. Und der oder die soll dann eben diesen Richterposten besetzen. Und das, glaube ich, ist ein zentraler Stein, warum das jetzt so hitzig debattiert wird, dass Trump einen Monat vor dieser Wahl diesen Platz noch besetzen will. Also ich bin ein bisschen skeptisch zu sagen, Philipp, dass es da eine demokratische Tradition gibt. Also wenn man so ein bisschen schaut, was die Traditionen sind, dann ist die Frage, sagen wir mal, jedenfalls schwierig zu beantworten. Es scheint wohl so zu sein, dass der Kongress typischerweise eine sehr späte Nachnominierung für den Supreme Court noch akzeptiert hat, wenn Präsident und Kongress oder in diesem Fall Senat von derselben Partei dominiert wurden, während man eben traditionell skeptisch war. Wenn die Parteiausrichtung jeweils eine andere war. Allerdings muss man gar nicht so ganz weit zurückschauen. Also der Historic Precedent ist so ein bisschen schwierig, aber der ganz konkrete Precedent ist ja erst vier Jahre alt. Nämlich also Präzedenzfall. Der konkrete Präzedenzfall ist ja erst vier Jahre alt. Denn 2016 verweigerte genau derselbe Mehrheitsführer im Senat, nämlich Mitch McConnell, es Barack Obama, den Platz von Justice Antonin Scalia nachzubesetzen. Also einen konservativen Richter, der verstorben war im Februar 2016. Also immerhin volle neun Monate oder fast neun Monate vor der Wahl. Und da haben die Republikaner gesagt, nee, nee, also diese Frage soll jetzt doch bitte das Volk entscheiden, bei der Wahl des Präsidenten. Ja, quasi inzident mit über die Frage entscheiden, wer denn da jetzt bitte für den Supreme Court nominiert werden soll. Und mit genau dieser Argumentation müsste man natürlich jetzt auch sagen, na dann soll das Volk jetzt nur ein paar Wochen vor der Wahl natürlich umso mehr diese Entscheidung treffen können. Das heißt also, Historic Precedent ist mixt. Ja, aber der konkrete Präzedenzfall und die konkrete Argumentation von Mitch McConnell von vor vier Jahren, ja, hier mal zugrunde gelegt, wäre es eine völlige Selbstverständlichkeit, dass vielleicht Trump noch jemanden nominiert, der Kongress oder konkreter Senat darüber aber nicht mehr abstimmt. Genau, also das muss man sagen. Der Präsident schlägt zwar einen Kandidaten, Kandidatin vor, aber der Senat muss eben abstimmen. Mitch McConnell ist sozusagen der mächtige Mann der Republikaner im Senat. Und wenn der sagen würde, nur wir stimmen darüber nicht mehr ab, so wie er das 2016 im Fall von Obama getan hat, dann wäre es schwer, dagegen anzugehen und den Richter, die Richterin jetzt noch zu bestimmen. Aber es gibt eben auch vier Senatoren, die zumindest skeptisch waren, also die sich vor Wochen zum Teil noch ganz, ganz explizit und deutlich geäußert haben, hingehen, wenn da ein Richter, eine Richterin stirbt, in Klammern Ruth Gader Winsberg, dann sind wir, diese republikanischen Senatoren, dagegen, noch vor der Wahl, einen neuen Richter, eine neue Richterin zu besetzen. Und das scheint aber nicht zu halten. Also diese Leute scheinen sich an ihre öffentlich und ganz deutlich gemachten Aussagen nicht halten zu wollen. So sieht es aus. Aber Philipp, was können denn jetzt die Demokraten eigentlich dagegen tun? Wahrscheinlich wenig, ne? So sieht es aus, ja, ich glaube auch. Sie können drohen, wenn wir die Präsidentschaft erringen und die Mehrheit im Parlament, dann werden wir die Sitze erhöhen, also dieses sogenannte Court-Packing betreiben. Übrigens auch ein klassisches Merkmal für eine siechende und dahinscheidende Demokratie, dass Regierungen einfach sagen, ja, ja, also die Zusammensetzung der Richter, die passt uns gerade nicht. Da es aber nur neun Plätze gibt, packen wir halt noch fünf dazu und die besetzen wir dann mit unseren Kandidaten. Und dann stimmt das Machtgefüge aus unserer Sicht wieder. Also das scheint bei den Demokraten zumindest diskutiert zu werden. Und zwar ernsthaft diskutiert zu werden. Ja, das ist in der Tat so. Court-Packing ist so quasi ein klassisches Indiz, quasi ein klassisches Symptom einer sterbenden Demokratie. Denn wenn jemand quasi versucht, die Macht an sich zu reißen, dann ist es nicht ganz selten so, dass das Gerichtssystem zunächst mal dem noch im Wege steht, weil die Richterinnen und Richter hoffentlich dem Recht verpflichtet sind und einer illegitimen Übernahme der Macht entgegentreten. Deswegen ist es typischerweise so, dass schon in einer relativ frühen Phase, ja, der Entwicklung hin zu einem autoritären Staat versucht wird, die Gerichte auf Linie zu bringen. Also ein klassisches Beispiel. Also das klassische Beispiel wäre 1933. Also nach der sogenannten Machtergreifung der Nazis in Deutschland hat man als allererstes mal jüdische und linke Richter. Das waren, glaube ich, wirklich noch nahezu ausschließlich, wenn nicht ausschließlich Männer von der Richterbank entfernt. Also jüdische Beamte wurden ja innerhalb von wenigen Wochen aus dem Dienst entfernt mit dem sogenannten Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Aber auch irgendwie als linke oder sozialdemokratisch bekannte Richterinnen und Richter, vor allem Richter, wurden auch sofort aus dem Dienst irgendwie entfernt. Also einfach frühpensioniert, beurlaubt oder schlimmstenfalls ins KZ verschleppt. Das ist ein klassischer Fall und etwas weniger dramatisch kann man das jetzt eben in Polen beobachten, wo es ja seit Jahren einen Kampf gibt, um die Frage, wie die Stellen am obersten Gerichtshof zu besetzen sind, weil der eben der PiS-Regierung einige Male in den Armen gefallen ist. Und das ist genau auch die Drohung der Demokraten. Also wenn es jetzt Donald Trump noch gelingen sollte, diesen Platz von Ruth Bader Ginsburg nachzubesetzen, dann stünde es so nach Parteiaffiliationen 6 zu 3 am Supreme Court. Dann gäbe es noch drei Richterinnen und Richter, die vergleichsweise liberal eingestellt sind und sechs, die jedenfalls von einem konservativen Präsidenten ernannt worden sind. Und 6 zu 3, na da könnten die Demokraten natürlich auf den Gedanken kommen, einfach zu sagen, ja wunderbar, dann erweitern wir einfach den Supreme Court von 9 auf 13 Stellen. Und damit wäre es dann quasi eine Stimme mehr, die wir benennen können. Und damit hätten wir wieder die Mehrheit am Supreme Court. Und dazu muss man sagen, rechtlich wäre das gar nicht so schwierig. Wir haben das mal so ein bisschen recherchiert. Es gibt da ein Gesetz aus dem Jahr 1948, glaube ich, das regelt, dass am Supreme Court neun Richterstellen bestehen. Und davon einer der Chief Justice ist, also quasi der Präsident des Supreme Court. Und dieses einfache Gesetz könnte man ändern. Also steht durchaus nicht in der amerikanischen Verfassung geregelt, dass es neun Richterinnen und Richter sein müssen, sondern das steht in einem einfachen Gesetz. Das könnten die Demokraten ändern, wenn sie die Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments erringen. Das allerdings würde natürlich die parteipolitische Aufladung des Supreme Court nochmal deutlich steigern. Das heißt also, damit wäre endgültig klar, das handelt sich hier um ein politisches Gericht und das wäre für die Legitimität des Gerichts eine Katastrophe. Und deswegen wäre meine Hoffnung, dass die Demokraten zu einem solchen, ja wie soll ich sagen, zu einer, ja Gleichschaltung ist ein bisschen zu hart gesagt, aber zu einer Politisierung, dem widerstehen einfach. Dass sie dem widerstehen, genau. Und was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, wäre ein Vorgang, ich nenne den jetzt mal Fairpacking. Nicht Courtpacking komplett, wo man das Gericht auf Linie bringt, sondern ein Fairpacking, wenn man quasi das Gericht nicht auf 13 Stellen erweitert, sondern nur von neun auf zwölf. Und dann werden nämlich quasi sechs Richterinnen und Richter von Konservativen ernannt, sechs Richterinnen und Richter von einem demokratischen Präsidenten. Damit wäre quasi Gleichstand auf der Richterbank. Das heißt, die Demokraten würden sich bei einem solchen Fairpacking nicht die Mehrheit sichern, ganz bewusst darauf verzichten, sich die Mehrheit zu sichern, sondern nur Gleichstand. Damit würden sie im Grunde den Move von Donald Trump, ja wenn der jetzt durchkommen sollte, wofür einiges spricht, ja damit würden sie nur diesen Move von Donald Trump neutralisieren. Sie hätten ein Gericht geschaffen, das eben gleich besetzt wird von beiden Seiten des politischen Systems in den USA. Und damit hätten sie das Gericht schon mal deutlich aus der Schusslinie genommen. Und dann könnten sie noch ein zweites machen. Sie könnten nämlich für die Zukunft wieder festlegen, in den Regeln des Senats, dass Richterstellen nur besetzt werden können, wenn beide Parteien zustimmen. So ist es ja in Deutschland. In Deutschland braucht man ja für die Benennung einer Richterin des Bundesverfassungsgerichts eine Zweidrittelmehrheit, entweder im Bundestag oder im Bundesrat, bei jeder Hälfte Hälfte. Und sowas ähnliches gab es in den USA. Es ist noch gar nicht so lange her, dass man mit einer einfachen Mehrheit im Senat eine Richter-Confirmation durchbekam, also eine Bestätigung einer Richterstelle durchbekam. Das ist erst vor einigen Jahren eingeführt worden. Früher, also für die Confirmation selber, brauchte man immer schon nur eine einfache Mehrheit. Aber es gibt ja im US-Senat immer die Frage, wann wird eigentlich die Diskussion zu einem Thema beendet, die sogenannte Closure. Und da brauchte man früher 60 Stimmen, um quasi die Diskussion zu beenden und in die Abstimmung einzutreten. Und das ist in den Senate Rules erst vor einigen Jahren geändert worden. Da ist also die Mehrheit von 60 auf eine einfache Mehrheit runtergebracht worden. Und seitdem können Richterstellen quasi von einer Partei alleine besetzt werden. Und das ist, wie man an diesem Beispiel wieder mal sehen kann, eine richtig schlechte Idee gewesen. Deswegen wäre meine persönliche Hoffnung, wenn es tatsächlich so kommt, Trump zieht es durch, aber die Demokraten erringen die Mehrheit im Senat und erringen die Präsidentschaft. Wenn es wirklich so kommt, dann würde ich mir wünschen, dass die Demokraten diesen Riesenfehler quasi zurückdrehen, das Gericht ausgleichen, Stichwort Fairpacking, und dann wieder die Senate Rules, das können sie ja mit einfacher Mehrheit so ändern, dass sie sich quasi selbst binden. Dass sie also sich selber Fußgangen anlegen und in Zukunft wieder 60 Stimmen erforderlich sind für eine Richterinnennung. Damit würde man den Supreme Court so ein bisschen aus der politischen Schusslinie nehmen. Also Trump wird das machen, davon gehen wir mal aus. Und der Senat wird das wahrscheinlich durchwinken. Das ist natürlich, wir haben es gesagt, wegen der Präsidentschaftswahl und dem wahrscheinlichen Ausgang und den Klagen, die dann beim Supreme Court landen, total wichtig. Aber es ist eben nicht nur wegen dieser Präsidentschaftswahl wichtig, sondern es gibt auch Themen, die unglaublich für Druck sorgen bei der Besetzung dieses Amtes. Und da geht es in erster Linie um Abtreibung. Das ist ein riesiges Thema für bestimmte Kreise in den USA. Und die drängen unglaublich darauf, jetzt jemanden zu benennen, der halt dieses Thema Abtreibung in ihrem Sinne entscheidet und halt maßgebliche Entscheidungen, die halt in den USA die Abtreibung im Kern erlauben, wieder zurückzudrehen, die dann auch wieder auf Deutschland zurückspiegeln. Ja, das ist der Punkt. Also es gibt da so bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen in den USA, die wir uns diese Woche mal ein bisschen genauer angeguckt haben. Einfach weil ich persönlich mir massive Sorgen mache, dass wir auch in Deutschland hier eine sehr politisierte Diskussion bekommen, die, glaube ich, unserer politischen Kultur dramatisch schaden würde. Und sie schadet ja heute schon der politischen Kultur in den USA ganz deutlich. Und um das vielleicht so ein bisschen einzuordnen, die wesentliche Grundentscheidung zum Thema Abtreibungsrecht ist in der Präzedenzfall Roe versus Wade aus dem Jahr 1973, der ein grundsätzliches Recht auf Abtreibung festgelegt hat in den Vereinigten Staaten als Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Also es ist abgeleitet von der Privacy und dogmatisch, so ein bisschen interessante Herleitungen, jedenfalls aus einer deutschen Perspektive. Aber das ist eben bis heute der gültige Präzedenzfall. Und diese Entscheidung störte 1973 ehrlich gesagt kaum jemanden. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man sich die politische Landschaft in Amerika anguckt, wo das so das Riesenthema ist, dass alle Leute politisiert. Ja, man ist entweder Pro-Choice, ja, wo also die Frau die Wahl hat, eine Schwangerschaft zu beenden oder nicht. Oder man ist Pro-Life, wie das dann so schön heißt, wenn man eben Abtreibungsgegnerin ist. Aber wie gesagt, damals störte Roe vs. Wade fast niemanden. Nur die Katholiken in den USA, eine relativ kleine, wenn auch politisch einflussreiche Gruppe, die hatten ein Problem damit. Selbst die erzkonservativen Evangelikalen, also evangelische Christen, Baptisten zum Beispiel, störten sich nicht an dieser Entscheidung und fanden nur, dass im Grunde quasi eine vernünftige Entscheidung ist, die so auf der Linie liegt, dass der Staat sich aus privaten Angelegenheiten bitte mal raushalten sollte. Das heißt also, 1973 gab es nicht etwa den Riesenaufschrei der Evangelikalen. Die Katholiken haben es kritisiert, aber im Prinzip war das in den USA, wenn ich sagen Konsens, aber jedenfalls kein Aufreger. Aber dann versuchten die Republikaner Ende der 70er Jahre nach einem neuen Thema, mit dem sie die Leute mobilisieren konnten. Insbesondere auch, um Richterämter neu zu besetzen. Hintergrund waren, das ist leider wieder mal typisch amerikanisch, eine sehr traurige Geschichte, Hintergrund waren Entscheidungen des Supreme Courts, die sich richteten gegen Rassentrennung an Schulen. Also insbesondere hatten da weiße Privatschulen vor dem Supreme Court gewonnen und waren mehr oder weniger verloren vielmehr und waren mehr oder weniger gezwungen worden, auch People of Color zuzulassen als Schülerinnen und Schüler. Und deswegen entstand so bei bestimmten weißen Supremacists der Eindruck, naja, müssen wir irgendwas tun, die Gerichte sind viel zu liberal. Aber die Republikaner, das ist so eine Teilgruppe gewesen, aber die Republikaner als Partei hatten außerdem Ende der 70er Jahre so das Problem, dass sie ein neues Thema brauchten, mit dem sie Leute mobilisieren konnten. Und so muss man deutlich sagen, erfanden sie im Grunde das Thema Abtreibung. Also insbesondere im Präsidentschaftswahlkampf von Ronald Reagan spielte das erstmals eine richtige Rolle. Ronald Reagan hat dann letztlich auch 1980 die Wahl gegen Jimmy Carter gewonnen. Also Jimmy Carter hatte so als Präsident nur eine Amtszeit, dann kam Reagan und Reagan machte dann, sobald er Präsident war, auch massiv Stimmung gegen Abtreibung. Und das ist umso bizarrer, als Ronald Reagan gut zehn Jahre vorher, als er noch Gouverneur in Kalifornien war, das landesweit progressivste Abtreibungsrecht verabschiedet hat. Das heißt also, Reagan war jetzt auch, weiß Gott nicht sein ganzes Leben pro-life, sondern ganz im Gegenteil, war ursprünglich an dem Punkt total liberal und das gilt auch generell. Also dieses Thema Abtreibung, das wurde eben nicht along party lines entschieden, sondern da hatte man eine persönliche, häufig religiös geprägte Auffassung. Aber es war kein Aufreger und insbesondere kein politisches Thema. Und das hat sich heute völlig geändert. Also es gibt ja Umfragen, die sagen, 70 Prozent der Bevölkerung sind pro-choice. Also dafür, dass Frauen mehr oder weniger entscheiden, ob sie diese Schwangerschaft abbrechen wollen oder das Kind austragen. Und trotzdem ist es eben gelungen, einer Minderheit, dieses Thema extrem zu politisieren und hoch zu jazzen sozusagen. Und diese Minderheit hat enormen Einfluss bei Wahlen, ist super gut finanziert, ist oft das Zünglein an der Waage und belagern jetzt auch Trump. Also kann man sich den letzten oder vorletzten Podcast von The Daily anhören. Da gibt es ein Interview mit so einer Lobbyistin, die ganz, ganz schwer pro-life unterwegs ist. Und da jetzt eben sich irrefreut und feiert diese einmalige Gelegenheit, eben kurz vor der Wahl, jetzt noch einen konservativen Richter, eine konservative Richterin als Nachfolgerin für Ginsburg zu benennen, um eben, und das ist das erklärte Ziel, diese Entscheidung von 1973, Roe versus Wade, zu kippen. Und da ist halt jetzt die Frage, wäre das das Ende der legalen Abtreibung in den USA? Nee, also das muss man deutlich sagen. Also wenn dieses Grundrecht tatsächlich auf Bundesebene gekippt würde oder realistischerweise wahrscheinlich eher mit Einschränkungen versehen würde, dann würde das nicht bedeuten, dass jetzt Abschreibungen sofort in den ganzen Vereinigten Staaten illegal wären, sondern da wäre erst mal nur dieses Grundrecht aus dem Spiel genommen. Und damit läge der Fall im Feld der Bundesstaaten. Das heißt, jeder Bundesstaat könnte dann selbst entscheiden, wie es hält mit Pro-Choice oder Pro-Life. Vermutlich wäre das Ergebnis, dass Abtreibung in den meisten Red States, also in den Staaten, die von den Republikanern dominiert werden, massiv erschwert würden. Und wie gesagt, die Republikaner haben das durchaus nicht immer so gesehen. Aber seit 1980 haben die Republikaner sich eben zu einer Partei entwickelt, die ganz massiv unter dem Einfluss dieser sogenannten Pro-Life oder Anti-Choice-Bewegung steht. Und republikanische Kandidaten haben eben realistischerweise nur noch dann eine Chance, aufgestellt zu werden in den Vorwahlen, in den Primaries oder später eine Wahl zu gewinnen, wenn sie sich an dieser Stelle sehr hart auf die sogenannte Pro-Life-Position beziehen. Und deswegen kennen Konservative heute schon viele Tricks. Es ist also heute schon so, dass in vielen Bundesstaaten immer wieder versucht wird, auf den Druck der Pro-Life-Leute hin Abtreibung möglichst zu erschweren. Also ein beliebter Trick sind die Heartbeat-Laws, dass man angeblich schon in der sechsten Woche Herztöne abhören könnte. Das ist zwar schon physiologisch Quatsch, das geht erst deutlich später. Aber trotzdem werden diese Heartbeat-Laws unter diesem Stichwort verhandelt. Und ich meine mal ganz ehrlich, bis zur sechsten Woche Hand aufs Herz, liebe Frauen, die ihr schon Mütter seid, Wann habt ihr es herausgefunden? Also die Frauen in meiner Umgebung wussten das nicht immer oder allenfalls ganz knapp vor der sechsten Woche. Und insofern, das bedeutet de facto, dass man schon aus Zeitgründen das dann kaum noch schaffen kann. Und diese Belegungsrechte in Kliniken, das ist so der letzte Move, wo man einfach versucht ist, Abtreibungsärzten oder Kliniken möglichst schwer zu machen, weil sie immer quasi so ein Bettenkontingent in einer nahegelegenen Notfallklinik buchen müssen, so ein Belegungsrecht buchen müssen, um im Fall einer Komplikation eine Frau dort einweisen zu können. Was wirklich absurd ist, weil irgendwie Zahn-OPs statistisch viel gefährlicher sind als Abtreibung. Da kommen wir jetzt auch zu diesem Aspekt zurück, was das für Auswirkungen auf Deutschland haben könnte. Wir haben es also hier mit einer Debatte zu tun, die am Anfang niemanden so wirklich interessiert hat. Und auch heute ist die Mehrheit für das Recht auf Abtreibung in den USA, trotzdem hat es dieses Thema geschafft, ein Riesenthema zu sein, neben anderen Themen, die natürlich in Augen vieler wichtiger sind, Rassismus, Armut. Ja, und die werden halt verdrängt, Philipp. Das ist doch der Punkt. Das ist eben nicht nur ein Thema daneben. Das Problem ist doch, dass in der politischen Kultur viele Themen verdrängt werden von diesem einen Monster-Thema Abtreibung. Aber was hat das jetzt mit Deutschland zu tun? Also ich finde, zunächst mal muss man diese Themen noch mal nennen, die nicht diskutiert werden, weil das einfach so deutlich macht, warum diese Abtreibungsdebatte für ganz viele Menschen wirklich gefährlich ist. Man könnte ja sagen, kann mir egal sein, ja, ich bin schon 70 und ich werde eh nicht mehr schwanger. Ja, oder mein Mann wird sowieso nicht schwanger. Kann man sich ja alles vorstellen. Aber die Themen, die in den USA eigentlich auf der Agenda wären, aber nicht diskutiert werden, sind zum Beispiel die miese Versorgung mit Gesundheit, ja, Gesundheitsdienstleistung, weil Krankenkassen so teuer sind. Da wäre die schlechte Bekämpfung der Corona-Krise, wir haben es immer wieder gesagt. Da wäre die Polizeigewalt in den USA, haben wir auch in der Lage besprochen. Da wäre das grundsätzliche Rassismus-Problem, dass es also nach wie vor in weiten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens Diskriminierung gibt. Da wäre das Armutsproblem, also die extrem ungleiche Verteilung des Reichtums in den Vereinigten Staaten. Ja, wenige Superreiche und sehr, sehr viele sehr, sehr arme Menschen. Also es fallen einem eine Menge Themen ein, über die man politisch diskutieren müsste eigentlich, die aber in der Wahrnehmung in den Hintergrund getrieben werden. Jedenfalls bei vielen Menschen durch dieses eine moralisch aufgeladene Thema werden jetzt hier irgendwie in Anführungsstrichen Babys umgebracht. Und das ist der Grund, warum ich das so unglaublich gefährlich finde und warum ich insbesondere auch glaube, dass es auch für Deutschland gefährlich werden könnte. Nämlich warum? Naja, ganz einfach, weil in den Vereinigten Staaten dieses Thema von einem absoluten Seitenthema hochgejazzt wurde zu einem Thema, das die politische Diskussion bestimmt und das insbesondere zu so einer Art Prüfstein geworden ist für die Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten. Und wir erleben ja in ganz vielen Diskussionen, dass gesellschaftliche Entwicklungen, die sich in den Vereinigten Staaten vollziehen, mit einem gewissen Abstand auch nach Deutschland kommen. Klar, wir haben jetzt keine oder nur in ganz geringen Anzahlen so evangelikale Christen. Ja, das ist, wenn man das so nennen will, jetzt kein Problem in der deutschen politischen Debatte. Aber auch in Deutschland gibt es ja immer mehr sogenannte Lebensschützer. Ja, also Menschen, die systematisch Stimmung machen gegen Abtreibung, die zum Beispiel versuchen, Ärztinnen und Ärzte zu diskreditieren, die da Demos organisieren vor ihren Praxen, die sie wegen vermeintlicher Straftaten anzeigen. Also es gibt einfach, da muss man schon sagen, sowas wie eine Kampagne, die Versorgung mit Abtreibung massiv zu erschweren. Aber der Punkt ist doch der, also es gibt in Deutschland ja diese Debatte über den 219a im Strafgesetzbuch, der unter anderem durch zum Beispiel den Fall Hähnel bekannt wurde, wo auch schon das Erwähnen, dass Ärzte Abtreibungen anbieten, strafbar ist. Also man muss ja sehen, das ist ja schon so ein bisschen reformiert worden. Es gab eine klitzekleine Reform und die nackte Info ist inzwischen erlaubt. Man darf aber sonst nichts schreiben. Also insbesondere darf man nichts zu irgendwelchen Methoden sagen. Und eine weitergehende Reform war ja zunächst mal durchaus geplant. Hatte sogar die SPD einen eigenen Gesetzentwurf. Das hat dann aber Andrea Nahles sabotiert. Und zwar warum? Weil Andrea Nahles nämlich eine harte Katholikin ist. Das muss man sich überlegen. Andrea Nahles hat aufgrund ihrer ganz persönlichen, also ich habe natürlich nicht mit ihr darüber gesprochen, aber quasi so der Konsens unter politischen Beobachtenden in Berlin ist, Andrea Nahles hat aufgrund ihrer ganz persönlichen Gegnerschaft gegenüber Abtreibungen die Reform des 219a sabotiert. Und deswegen hat die, also nach außen wurde das dann verkauft, als wir wollten einen möglichen Konflikt mit der Union schon mal abräumen, noch bevor wir die nächste GroKo schließen. Aber es gibt es ja auch viele, die nicht jetzt nur gegen 219a, also Strafbarkeit von Werbung und sowas kämpfen, sondern gegen 218 und 218a. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Und die Frage ist, macht das Sinn? Ja, da müssen wir vielleicht ganz kurz nochmal einmal sagen, was denn eigentlich die Rechtslage in Deutschland ist. Maßgeblich dafür ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus den frühen 90er Jahren, die im Grunde festgelegt hat, dass es in Deutschland, dass Abtreibungen in Deutschland zwar illegal sind, von ganz wenigen Ausnahmefällen abgesehen, sind sie rechtswidrig, aber sie bleiben in aller Regel straffrei. Allerdings nur dann, wenn Frauen vorher sich beraten lassen. Das heißt, das ist im Grunde so der Deal. Und da ist das Bundesverfassungsgericht auch so ein bisschen an die Grenzen der Strafrechtsdogmatik gegangen. Also aus einer juristischen Perspektive kann man das schon sehr merkwürdig finden, dass Abtreibungen quasi den Tatbestand nicht erfüllen sollen, trotzdem aber rechtswidrig sind. Also das ist, wenn man ehrlich ist, so ein bisschen juristisches Geschwurbel. Aber im Ergebnis bedeutet es, dass jedenfalls rechtlich jede Frau in Deutschland bis zur zwölften Woche eine Abtreibung straffrei vornehmen kann. Unter der Voraussetzung, dass sie sich vorher hat beraten lassen von einer anerkannten Beratungsstelle und dann ein paar Tage abgewartet hat. Das heißt also, in Deutschland sind Abtreibungen zwar formal nicht legal, sie bleiben aber ohne negative Konsequenzen. Probleme, muss man ehrlich sagen, gibt es allerdings bei der Umsetzung dieser Regelung. Also zum einen gibt es immer weniger Ärztinnen und Ärzte, die diesen Eingriff überhaupt vorzunehmen bereit sind. Was auch zu tun hat mit dem Druck fanatischer LebensschützerInnen. Und ein zweiter Punkt, der häufig als Kritik genannt wird, ist die Finanzierung. Weil Abtreibungen eben rechtswidrig sind, sind sie in aller Regel keine Kassenleistung. Aber da wiederum gibt es auch Ausnahmen für ganz junge Frauen, die den Eingriff auch nicht selber bezahlen müssen. Aber Ulf, wie bewertest du denn die Rechtslage in Deutschland? Ja, also ich persönlich finde die Rechtslage in Deutschland einen sehr, sehr weisen Kompromiss. Denn wie so häufig stehen ja auf beiden Seiten dieser Abwägung bestimmte Rechtsgüter. Also auf der einen Seite natürlich das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Das ist so eine Schwangerschaft, ist natürlich ein massiver Eingriff in den Körper, während sie läuft. Und ein Baby zu haben, ein Kind zu haben, Mutter zu sein, ist natürlich ein ganz massiver Eingriff in die persönliche Lebensführung. Das heißt also, da werden alle möglichen Grundrechte, Selbstbestimmungsrechte der Frau beeinträchtigt oder jedenfalls berührt. Es kann ja auch wunderschön sein, Mutter zu sein. Ich würde es jetzt gar nicht so negativ konnotieren. Aber jedenfalls, da sind Interessen, Rechte der Frau berührt. Und auf der anderen Seite geht es einfach um das Lebensrecht eines werdenden Menschen. Das muss man schon auch sehen. Das ist jetzt nicht irgendwas. Und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht ja auch festgestellt, dass Abtreibungen von ganz wenigen rechtfertigenden Sondersituationen, also keine Ahnung, Gefährdung der Gesundheit der Frau oder so mal abgesehen, im Prinzip ja rechtswidrig sind. Also ein werdendes Leben zu töten, ist in der deutschen Rechtsordnung grundsätzlich zu missbilligen. Aber es gibt trotzdem Gründe oder Voraussetzungen, unter denen das Strahlverbleibt. Aber grundsätzlich ist die Abwägung Selbstbestimmungsrecht der Frau, Lebensrecht des werdenden Kindes. Und ich finde, dass das Bundesverfassungsgericht in diesem Kontext eigentlich eine sehr weise Abwägung getroffen hat. Und immerhin muss man ja sagen, dass diese Entscheidung von 1993 im Grunde uns auch 30 Jahre Frieden gebracht hat. In diesem Punkt. Wir haben seit etwa 30 Jahren also keine wild gewordene, heiß gelaufene Abtreibungsdiskussion in Deutschland, wo, um mal so ein Zerrbild an die Wand zu werfen, Bundestagskandidaturen maßgeblich von der Frage abhängen, was man denn von der Abtreibung hält. Ja, aber jetzt gibt es ja Frauen, die das trotzdem kritisieren. Also die die Rechtslage eben nicht so beurteilen wie du nach dem Motto, ja, Güterabwägung, ein bisschen komischer, aber letztlich doch sinnvoller und befriedender Kompromiss. Sondern es gibt ja Feministinnen, die gegen 2019 kämpfen. Okay, haben wir drüber gesprochen, aber eben auch 2018 und 2018 A. Ist das strategisch klug? Frage ich mal so. Also ich persönlich finde diesen Kampf gegen den 2019 A absolut richtig. Also da, denn wir haben es eben gesagt, eines der großen praktischen Probleme des Abtreibungsrechts in Deutschland ist die Verfügbarkeit von Abtreibungen. Also schlicht Ärztinnen und Ärzte zu finden, die diesen Eingriff vorzunehmen bereit sind. Und natürlich ist eine solche Strafdrohung wegen Werbung, angeblicher Werbung, wozu ja eben schon bestimmte Äußerungen auf der Homepage reichen können, nicht gerade dazu geeignet, die Bereitschaft zu erhöhen. Das heißt, das scheint mir in der Praxis die ganz große Baustelle zu sein. Aber du hast es gesagt, Philipp, es gibt trotzdem einige wenige AktivistInnen, vor allem Frauen allerdings, die den Abtreibungskompromiss aus den frühen 90ern als solchen in Frage stellen. Ich habe mal versucht, das so ein bisschen zu verstehen. Also der Slogan ist dann immer 2018 abschaffen. Ich habe dann mal auf Twitter gefragt, was denn eigentlich damit gemeint ist. Denn wenn man jetzt den 2018 einfach nur ersatzlos streichen würde, würde das ja bedeuten, quasi die Tötung eines werdenden Lebens wäre dann möglich bis zum Beginn der Geburt. Ja, das kann niemand wollen. Ja, also das ist so ein Argumentum ad absurdum. Ja, das kann niemand wollen. Deswegen war so einfach meine ehrlich gemeinte Frage, was denn quasi der Gegenvorschlag ist. Und das war total krass. Ich habe so eine Art Shitstorm geerntet, einen kleinen, weil mir gesagt wurde, das seien die Argumente der Lebensschützer. Dabei wollte ich doch einfach nur lernen. Sehr klug fand ich da, oder jedenfalls sehr nachvollziehbar fand ich die Argumentation von Anke Domscheid-Berg, von der Linksfraktion, die mir sagte, na ja, also sie habe als junge Frau in der DDR noch abgetrieben. Damals hätte es eine Fristenlösung gegeben. Und das sei ein Modell, das sie sich auch für Deutschland, also für ganz Deutschland heute wieder wünschen würde. Das finde ich ist eine nachvollziehbare Argumentation, weil es ja bedeutet, bis zu einem bestimmten Punkt, zum Beispiel zwölfte Schwangerschaftswoche, ist eine Abtreibung möglich, danach nicht mehr. Das wäre im Grunde dann nur ein Streit über die Beratungspflicht. Darüber kann man lange streiten. Das Bundesverfassungsgericht fand das eine gute Idee, dass man sich mit der Frage einer Abtreibung auseinandersetzt. Finde ich, ich persönlich finde es auch richtig. Darüber kann man aber streiten. Wahrscheinlich wäre verfassungsrechtlich nach der Entscheidung von 93, ja, aber grundsätzlich so eine Beratungspflicht nicht unbedingt geboten. Aber generell eine Freigabe von Abtreibungen und der Verzicht auf jede strafrechtliche Regulierung kann ich persönlich mir schwer vorstellen. Und vor allem, Philipp, du hast das Stichwort Taktik ins Spiel gebracht. Ich mache mir einfach Sorgen, und das schließt den Bogen wieder zu den USA. Ich mache mir einfach Sorgen, was passiert, wenn wir wieder eine Abtreibungsdiskussion bekommen, wenn wir unter den Bedingungen von Social Media heute, unter den Bedingungen von Shitstorms, unter den Bedingungen von Fake News, ernsthaft wieder gesellschaftlich dieses Fass aufmachen. Also ich persönlich, klar, ich meine, als Mann ist man nie so deutlich betroffen, auch wenn ich schon drei, ich glaube, drei waren es Abtreibungen in meiner unmittelbaren Umgebung erlebt habe. Also ich glaube, ich kann mich relativ gut reinfühlen, auch wenn ich ein Mann bin. Ich glaube, also ich persönlich habe mit dieser Einschränkung vorangestellt, dass ich natürlich als Mann nicht unmittelbar betroffen bin, habe ich wahnsinnig Angst vor dieser gesellschaftlichen Diskussion, vor einer Emotionalisierung dieser Debatte. Und ich würde einfach dieses Fass wahnsinnig gerne geschlossen lassen. Ich finde, es ist ein Kompromiss, mit dem alle leben können. Wir sollten den 219a abschaffen, damit Frauen besser informiert werden können. Wir sollten dafür sorgen, dass es wirklich genügend Ärztinnen und Ärzte gibt. Wir sollten vielleicht nochmal über die Finanzierung nachdenken und über Beratung nachdenken, aber diesen grundsätzlichen Kompromiss aufzustehen. Ich habe davor große Angst, aber mich würde auch interessieren, was dazu natürlich Frauen denken. Vielleicht mögt ihr ja kommentieren bei uns in den Kommentaren, was quasi mögliche Probleme sind mit dem gegenwärtigen Kompromiss, die ich jetzt übersehe. Also ich hatte auf Twitter versucht, welche zu finden. Es kamen tatsächlich nur die, die ich jetzt genannt habe. Problemärztinnen zu finden, Finanzierung. Aber vielleicht gibt es ja noch andere Probleme, die wir jetzt nicht gesehen haben, die ich in der Diskussion übersehen habe. Insofern freuen wir uns auch da über eure Kommentare. Ich weiß nicht, Philipp, was denkst du? Siehst du dieses Risiko der Politisierung oder der Emotionalisierung der politischen Kultur, wenn wir jetzt auch so eine Abtreibungsdebatte vom Zaun brechen wie in Amerika? Na klar, die besteht natürlich immer. Wenn du so ein Fass aufmachst, vielleicht würden wir uns darüber freuen, über Feedback von Frauen, die sich halt für die Abschaffung von 2018 und 2018a einsetzen, was sie denn zu diesen strategischen Erwägungen denken. Dass man sagt, es mag dafür Gründe geben. Aber die Gefahr ist eben, dass wir gerade auch vor dem Hintergrund dieser ganzen politisierten Gesellschaft eben so eine Debatte bekommen, wo dann dieses Thema in ganz andere Themen noch reinfunkt und am Ende alle mit viel weniger da sitzen. Gerade vor dem Hintergrund, was wir jetzt in den USA sehen. Ja, und ich glaube auch, dass es einfach andere Baustellen gibt, wo man viel mehr für die Frauen tun kann. Das war auch mein Argument in dieser Twitter-Debatte. 2019a abschaffen haben wir schon genannt. Und ansonsten einfach die Bedingungen für Schwangerschaftsabbrüche in dem geltenden rechtlichen Rahmen verbessern. Das wäre meine Herangehensweise. Denn natürlich ist das ätzend, wenn du, keine Ahnung, irgendwo in Oberbayern auf dem Dorf sitzt und die nächste Beratungsstelle ist irgendwie drei Stunden Busfahrt entfernt. Oder noch viel länger. Also natürlich ist das doof. Also da quasi die Verfügbarkeit der entsprechenden Beratung sicherzustellen, die Verfügbarkeit von Ärztinnen und Ärzten sicherzustellen. Da würde ich sofort sagen, verstehe ich total, da muss man was tun. Aber dazu muss ja nicht irgendwie die Entscheidung von 93 gekippt werden. Unser nächstes Thema. Wir haben in dieser Woche, glaube ich, oder war es schon letzte Woche, groß rausgekommen. Da durfte die Welt mal wieder tief in den Maschinenraum der globalen Großkriminellen blicken. Und Deutschland kommt da auch nicht gut weg. Aber vielleicht kurz der Reihe nach, für die, die es nicht mitbekommen haben, Buzzfeed News und dann auch große Zeitungen weltweit, auch in der Süddeutschen und anderen Zeitungen kam es groß raus. Buzzfeed News hat bekommen 2100 sogenannte Geldwäsche-Verdachtsanzeigen der US-amerikanischen Geldwäscheaufsicht. FinCEN wird die, glaube ich, auch. Oder FinCEN, FinCEN? FinCEN wahrscheinlich. FinCEN ausgesprochen. Und das ist ein Leak, Philipp. Die haben sich jetzt nicht irgendwie so bekommen, sondern die wurden ihnen zugespielt. Eigentlich sind das natürlich geheime Unterlagen dieser FinCEN-Behörde. Und genau genommen geht es nämlich um Meldungen, die Banken machen müssen, wenn ihnen Zahlungen slash Kunden verdächtig vorkommen. Also sogenannte Geldwäsche-Verdachtsanzeigen wären das in der deutschen Terminologie. Und diese Meldungen, die sie jetzt bekommen haben, reichen, glaube ich, über den ganzen Zeitraum von 2000 bis 2017. Genau. Es sind aber in dieser Zeit über 12 Millionen dieser Verdachtsmeldungen eingegangen von Banken, die halt den Verdacht hatten, hier wird Geld gewaschen, hier gibt es kriminelle Aktivitäten. Und zugespielt wurden BuzzFeed 2100, also 0,02 Prozent der vorhandenen insgesamt Verdachtsmeldungen. Und trotzdem ist es aber eine Menge Holz. Also der Anteil an den insgesamt ist gering an diesen 17 Jahren. Aber rein netto betrachtet ist es doch eine Menge Holz und eine Menge Meldungen und eine Menge Stoff, mit dem die Kollegen dort umgehen mussten. Und deswegen haben sie sich zusammengeschlossen mit dem International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, heißt es abgekürzt. Und die haben halt schon frühere große Panama-Paper und so Recherchen koordiniert. Und insgesamt ist dieses Thema jetzt also von über 100 Redaktionen in 88 Ländern bearbeitet worden, über 16 Monate hinweg. Das finde ich eigentlich schon mal eine richtig gute Nachricht, dass sich einfach Redaktionen da in den letzten Jahren enorm professionalisiert haben. Also ich glaube, bei den Panama-Papers hat es sich zum ersten Mal so richtig ausgezahlt, dass einfach Journalistinnen und Journalisten aus ganz vielen Ländern, aus ganz vielen Redaktionen professionell auch mit einer guten IT-Infrastruktur dahinter Dokumente austauschen, die Recherche aufteilen. Denn auf diese Art und Weise hat man, hat quasi die Presse, wenn man das mal so formulieren will, einfach überhaupt nur die Ressourcen, um solche Datenberge sinnvoll durchzurecherchieren. Also das finde ich einfach eine sehr gute Entwicklung. Absolut. Und wie gesagt, diese FinCEN, diese Financial Crimes Enforcement Network, wie das heißt, ist eine Behörde des Finanzministeriums. Und Aufgabe ist eben Kampf gegen Geldwäsche, Terrorfinanzierung und andere Finanzverbrechen. Und die sammeln eben solche sogenannte Suspicious Activity Reports, also Verdachtsmeldungen. Und das Ergebnis dieser globalen Recherche ist jetzt laut dem ICIJ zusammengefasst. Erstens, Banken weltweit bewegten in den 18, 17, 18 Jahren zwischen 1999 und 2017 mehr als zwei Billionen Dollar, die sie für verdächtig hielten. Also die haben Verdachtsmeldungen gemacht, aber haben halt das Geld trotzdem natürlich durch die Gegend bewegt und die Aktivitäten in der Regel nicht gestoppt. Zweitens, die Banken markierten Kunden in mehr als 170 Ländern, die sie potenziell verantwortlich machen für Transaktionen, die illegal waren. Darunter 414 Milliarden Dollar, die bewegt wurden, verdächtigerweise bewegt wurden bei JP Morgan Chase. und 1,3 Billionen Dollar bei der Deutschen Bank, die bewegt wurden, obwohl die Bank den Verdacht hat, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und aus diesen FinCent-Files geht eben hervor, dass fünf Banken, globale Banken, JP Morgan Chase, HSBC, größte Europäische Bank, Standard Chartered Bank und Deutsche Bank und Bank of New York Mellon, illegales Geld für zwielichtige Gestalten und kriminelle Netzwerke bewegten. Selbst nachdem die US-Behörden diese Finanzinstitute wegen früherer Versäumnisse bei der Eindämmung schmutziger Geldflüsse mit einer Geldstrafe belegt hatten. Wow. Und in der Hälfte dieser Verdachtsberichte, das ist ein weiteres Ergebnis, hatten die Banken keine Informationen über eine oder mehrere Personen, die hinter diesen Transaktionen standen. Das ist sozusagen die goldene Regel. Du musst wissen, mit wem du Business machst, um einschätzen zu können, woher kommt die Kohle, ist das hier verdächtig, ja oder nein. Und aus diesen Files geht hervor, dass die Banken in der Hälfte der Fälle das oft nicht wussten. Und das ist die letzte Erkenntnis, Jahre nachdem die ersten Bedenken aufkamen, bewegten die Banken weiterhin Geld für Betrüger, Drogenhändler, angeblich korrupte Beamte und so weiter und so fort, was laut ICIJ zu substanziellen Schaden führte. Das sind die Kernerkenntnisse, die aus diesen Files rausgefallen sind. So und das heißt, jetzt müssen wir mal ganz kurz einen Schritt zurücktreten, und uns noch mal die Frage stellen, worum geht es denn da eigentlich? Es geht darum, dass bestimmte Akteure Geld auf der Welt hin und her bewegen. Und das macht man eben heute natürlich gelegentlich noch mal im schwarzen Koffer. Aber jedenfalls an einer bestimmten Summe ist das dann nicht mehr so ganz praktikabel. Das heißt also, um Geld rund um den Globus zu verschieben, benutzt man typischerweise das globale Finanzsystem. Und da sind ganz große Player eben zum Beispiel diese fünf Banken, deren Namen Philipp gerade eben vorgelesen hat. Und eigentlich soll dieses globale Finanzsystem nicht benutzt werden können, um Gelder aus dubiosen Quellen hin und her zu schieben. Also die grundsätzliche Idee dahinter ist, Verbrechen darf sich nicht lohnen. Also man möchte es beispielsweise Drogendealern so schwer wie irgendwie möglich machen, ihre dreckige Kohle aus dem Drogenhandel quasi in dieses Finanzsystem einzuspeisen, rund um die Welt zu verschicken, und sich dann davon vielleicht eine Luxusjahrt auf den Bahamas zu kaufen. Die Idee ist halt einfach, Verbrechen soll sich nicht lohnen. Und weil eben die meisten, oder was heißt die meisten, weil jedenfalls viele Verbrechen begangen werden, um sich zu bereichern, ist so ein bisschen die Idee, dass man mit der Verhinderung dieser Finanztransaktion mittelbar den Anreiz senken kann, überhaupt zum Beispiel sich am Drogenhandel zu beteiligen. Das ist so ein bisschen die Idee dabei. Ja genau, und die Idee ist natürlich auch, dass wenn du Geld mit dem Drogenhandel verdienst, was dann irgendwie viele, viele Dollarscheine oder Euroscheine in bar sind, dass du natürlich damit nicht einfach zu irgendeinem Yachthändler gehen kannst und sagst, gib mir mal die große Yacht und ich lege hier einen Koffer voll Geld auf den Tisch. Weil dann nicht klar ist, woher kommt dieses Geld. Sondern dieses Geld muss in der Regel gewaschen werden. Es muss auf irgendeine Art in den legitimen Wirtschaftskreislauf eingeflochten werden. Und es muss irgendwo gewaschen werden. Es muss irgendwie gesagt werden, okay, das sind jetzt hier nichts knüllige Fünf-Dollar-Scheine, die ich mit meinem Drogenhandel eingenommen habe. Sondern das ist legitime zwei Millionen, die ich auf einem Konto habe. Und davon kann ich auch Überweisungen machen. Also man will das irgendwie einspeisen. Also im Grunde sagt ja diese Recherche, ihr liebe Banken, macht euch im Grunde so, wenn nicht zu Mittätern, doch jedenfalls zu unterstützenden Institutionen für das globale Verbrechen. Jetzt mal ganz pauschal formuliert. Das ist der Kernvorwurf. Dadurch, dass ihr diese Geldhähne nicht zudreht, obwohl ihr Verdacht habt, obwohl ihr Verdachtsmeldungen sogar macht, dreht ihr den Leuten den Hahn nicht zu, lasst diese Billionen rund um den Globus wandern und macht damit Verbrechen attraktiver. Das ist ein harter Verdacht. Also für die Banker, ich sage jetzt mal etwas klischeehaft, die Leute in den Nadelstreifen, in den hohen glitzernden Banktürmen, für die ist das natürlich ein harter Verdacht, wenn sie jetzt in die Nähe schmuddeliger Drogendealer gerückt werden. Und deswegen bewährt sich auch die Deutsche Bank ziemlich engagiert gegen diesen Vorwurf. Genau, und sie sagt in so einem Statement, Zitat, in den letzten Jahren haben wir, die Deutsche Bank, massiv in die Verbesserung der Kontrollen investiert. Nach dem Motto, wir haben was gemacht und wir haben investiert, um bessere Kontrollen in der Bank zu haben. Und das Zweite, der ICIJ, also dieses journalistische Konsortium, hat über eine Reihe historischer Themen berichtet, Zitat, Soweit sie sich auf die Deutsche Bank beziehen, sind sie den Aufsichtsbehörden A bekannt und B, die Themen wurden bereits untersucht und führten zu Einigungen mit den Behörden. Zitat Ende. Also, wir haben viel getan, wir haben investiert. Außerdem sind das alte Themen, die bekannt sind und auch den Behörden bekannt. So nach dem Motto, das ist jetzt mein Wort, wir sind eine andere Bank als damals. Und ich habe mal geguckt, was sagen denn so Kritiker der Deutschen Bank dazu? Und dazu zählt dann zum Beispiel das Netzwerk Steuergerechtigkeit, Steuergerechtigkeit ist also eine NGO, die sich halt um Steuergerechtigkeit kümmert und gegen Schwarzgeld recherchiert. Und auch die sagen, ja, die Deutsche Bank hat was getan, Tochter in Moskau geschlossen, aufgrund weniger Geschäfte dort Mitarbeiter entlassen, Compliance-Abteilung gestärkt. Auch die Tochter der Deutschen Bank auf den Virgin Islands nach der Veröffentlichung der Panama Papers wurde verkauft. Und die Deutsche Bank lässt sich auch teilweise von KPMG, also so einer Wirtschaftsberatungsgesellschaft, durchleuchten. Denn aber, so argumentiert das Netzwerk, trotz Verdacht haben die Banken einfach weitergemacht. Und viel von dem Geld ist bis heute nicht aufgespürt, sagen sie. Und zu oft kennen die Banken eben ihre Kunden nicht. Dann fragt man sich auch ja, wenn die dann Verdachtsmeldungen machen und die Banken wenig über ihre Kunden wissen, dann ist es natürlich auch für Strafverfolger schwierig, da was zu machen. Und ich saß jetzt so gestern da und dachte so, naja, okay, aber wie ist denn das in Deutschland? Gibt es sowas auch in Deutschland? Das sind jetzt ja Meldungen, Verdachtsmeldungen, die von Banken in den USA an eben eine amerikanische Behörde gemacht wurde. Aber gibt es sowas eigentlich auch in Deutschland? Und turns out, gibt es. Auch in Deutschland müssen Banken und auch andere Notare und so Verdachtsmeldungen machen. Und da gibt es diese sogenannte FIU, also die ist beim Zoll angesiedelt und heißt Financial Intelligence Unit. Wow. Das ist die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. Hast du von der schon mal gehört? Ich bin schwer beeindruckt, dass wir eine Behörde haben in Deutschland, die auf einen englischen Namen hört. Denn die Behördensprache ist ja eigentlich deutsch. Also Donnerwetter. Also das klingt schon danach, als wenn die Jungs ganz vorne dabei sind. Philipp, was machen die denn Schönes? Ja, die machen im Prinzip dasselbe wie die Finstern in den USA. Die sammeln halt Verdachtsmeldungen von vor allen Dingen Banken, aber eben auch Nichtfinanzakteuren. Also Maklern und Notaren und so. Und die haben immerhin in ihrem Jahresbericht 2019 aufgelistet, sie bekommen über 100.000 Meldungen pro Jahr. Das sind immerhin 400 Meldungen pro Werktag. Donnerwetter. Also da würde man denken, da müssen, also Grund, da müssen dann ja ganze Herrscharen an ErmittlerInnen sitzen, die diesen Meldungen nachgehen, denkt man, oder? Naja, die Aufgabe von dieser FIU ist eben, das erst mal vorzusieben und dann ein bisschen zu ermitteln und gegebenenfalls eben an die Strafverfolgungsbehörden weiterzuleiten. Das Ding ist halt nur, obwohl es so viele Meldungen gibt, sagt zumindest auch das Netzwerk Steuergerichtigkeit, gibt es doch relativ wenig Verfahren und Verurteilungen, die daraus zu erwachsen scheinen. Es ist schwer zu sagen, weil nämlich die Statistik da ein bisschen löchrig ist. Aber dieser Jahresbericht, der ist doch wirklich interessant, weil es da nämlich zum Beispiel auch um die Frage geht, wie ist das eigentlich mit Immobilien? Das ist ja so immer so ein Klassiker, dass Deutschland als so ein Geldwäsche- und Schwarzgeldparadies gilt, weil es hier eben so einfach ist, mit Geld aus Drogen oder zumindest zu sein scheint, Geld aus Drogen und so Immobilien zu kaufen. Und da steht in diesem Jahresbericht, ich bin den mal durchgelesen, kann man lesen, ist wirklich interessant, weil da auch viele Beispiele drinstehen. Da steht zum Beispiel drin, dass Immobilien ein wichtiger Teil sind, um Geld zu waschen, also um Drogengeld einen legitimen Anstrich zu geben, weil dann hast du eben ein teures Haus in Berlin-Mitte, das hast du gekauft und jetzt hast du halt diese Immobilie. Natürlich kommt dann da Miete rein und man kann die dann irgendwann auch wieder verkaufen. Und die sagen aber, dass Immobiliengeschäfte gar nicht so sehr am Anfang dieser Waschstraße stehen, sondern eher am Ende der Waschstraße. Also vorgewaschenes Geld wird benutzt, um Immobilien zu kaufen. Und die Immobilien sind natürlich interessant. Klar, und zwar nicht zuletzt deswegen, weil sie teuer sind. Das heißt, man kann also mit einem Grundstück oder einem Mietshaus zum Beispiel relativ komfortabel größere Mengen Geldes parken und formal legal anlegen. In diesem Jahresbericht sind halt drei Muster festgestellt und aufgelistet, nach denen diese Immobilien gekauft werden und mit denen auch Geld gewaschen wird. Das eine ist Beteiligung von Personen, die im Namen Dritter handeln, also Strohpersonen. Also das heißt, es geht ein Mensch hin und will halt eine Immobilie kaufen und es sieht halt für die Bank und den Makler so aus, als wäre das der Mensch, der auch diese Immobilie dann haben will und besitzen will. Ist aber gar nicht so, sondern er handelt im Auftrag Dritter, die aber erst mal gar nicht in Erscheinung treten. Dritte sind dann im Zweifel Kriminelle, die Geld waschen wollen. Oder, das ist das zweite Modell, Bareinzahlung mit unbekannter Mittelherkunft und dem anschließenden Erwerb einer Immobilie. Also das heißt, du hast irgendwie auf einmal viele hunderttausend Euro, die auf dem Konto eingezahlt werden, die dann benutzt werden sollen, um eine Immobilie zu kaufen. Und das dritte ist Finanzierung des Kaufpreises über ein komplexes Firmengeflecht. Und da kommen wir so ein bisschen zum Kern der Sache. Und was sie damit meinen, steht auch in diesem Jahresbericht drin. Beispiel, wie kauft man eine Immobilie mit einem Firmengeflecht, um Geld zu waschen? Also sie sagen, wir hatten Investmentgesellschaft aus einem EU-Land, will ein Häuser kaufen im Wert von 50 Millionen Euro. Das verkaufende Unternehmen stellt eine Verdachtsanzeige, weil es letztlich den Eigentümer nicht richtig ausmachen kann. Alleine das ist schon eine Rarität, dass das verkaufende Unternehmen eine Verdachtsanzeige stellt. Gegen den Geschäftspartner immerhin. Es fällt nicht so ganz leicht. Weil die eben nicht richtig herausfinden können, wer will denn eigentlich diese Immobilie hier von uns kaufen? Dann stellt auch diese FIU fest, FIU, FIU, wie auch immer man das auch ausspricht, auch wir können diesen Eigentümer nicht richtig identifizieren. Denn es ist eine Investmentgesellschaft und diese wiederum gehört vielen Nicht-EU-Gesellschaften. Sogar die Beteiligung natürlicher Personen an dieser Gesellschaft ist gemäß Satzung ausgeschlossen. Das heißt, an dieser Gesellschaft, die die Immobilie kaufen will, können sich gar keine natürlichen Personen beteiligen, sondern nur Firmen. Die FIU findet auch nichts im sogenannten Transparenzregister in Deutschland. Die FIU findet nichts in öffentlich zugänglichen Registern und gibt die Sache an die Staatsanwaltschaft. Da versandet es dann aber offensichtlich auch, weil denen Personal und Kompetenz fehlt, um diese Sachen bearbeiten zu können. Das kann ich aus meiner beschränkten eigenen Erfahrung ganz gut nachvollziehen. Denn ich war ja mal auch immerhin so zwei Jahre, glaube ich, in der Wirtschaftsstrafkammer tätig. Hatte also viel zu tun mit Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, die sich kümmern um Wirtschaftskriminalität. Und da war mein Eindruck auch, dass die doch in aller Regel mit dem Rücken zur Wand kämpfen. Einfach weil es um Aktenberge geht und um komplexe internationale Ermittlungen. Und da ist, also natürlich machen, also nach meiner Wahrnehmung machen die einen sehr, sehr guten Job, aber kämpfen eben mit dem Rücken zur Wand, haben einfach nicht die Ressourcen, die es bräuchte, um solche internationalen Firmengeflechte wirklich zu durchleuchten und zu verstehen. Einfach, weil man in vielen Situationen dann einfach irgendwann bei einer Firma landet, die in einem Land registriert ist, das mehr oder weniger keine Angaben veröffentlicht. Das heißt also, irgendwann kommst du dann an die sogenannte Black Box und da reißt dann die Kette ab, wo du das nachverfolgen kannst. Also in europäischen Ländern, es ist ja typischerweise so, dass man für ein Unternehmen wenigstens noch, also jedenfalls für eine Kapitalgesellschaft noch irgendwo nachschauen kann, wer an der beteiligt ist. Und wenn dann an einer Gesellschaft wieder eine Gesellschaft beteiligt ist, dann kannst du die Kette nachverfolgen. Wenn du aber natürlich irgendwann an den Punkt kommst, wo es kein Register mehr gibt, sondern nur noch irgendeine Inc., eine Incorporated oder eine Limited, wo niemand mehr weiß, wem die gehört, dann ist die Kette vorbei. Und damit scheitert dann auch dieser berühmte Ansatz Follow the Money. Das ist ja so der zentrale Leitspruch von Wirtschaftsstaatsanwältinnen und Staatsanwälten. Follow the Money. Wenn du wissen willst, wer zieht die Strippen, dann musst du eigentlich quasi nur den Weg des Geldes zurückverfolgen. Aber wenn dann da irgendwann so eine Black Box Limited steht, dann war es das halt. Dann kannst du dem Geld auch nicht mehr folgen. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, wo ist denn zumindest in Deutschland das Problem, wenn denn hier offensichtlich so viel Geld unter anderem mit Immobilien, aber eben nicht nur mit Immobilien gewaschen wird. Und da, glaube ich, ist relativ eindeutig, es gibt erst mal zu wenig Verdachtsmeldung an die FIU. Das sind zwar 100.000 im Jahr. Viele davon sind aber Kleinkram und automatisiert ausgestellt von vor allem Banken. Und im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften wurden im Jahr 2019 auch insgesamt nur 1.200 Verdachtsmeldungen ausgestellt. Die meisten von den Banken, weil die eben sehen, aha, da sind komische Überweisungen, komische Konten, da geht Geld ein. Wir wissen nicht, woher und damit sollen Immobilien gekauft werden. Wir machen mal einen Verdacht. Die viel frappierendere Zahl ist aber, wie viel Verdachtsmeldung gab es eigentlich von Immobilienmaklern? Ja. 2019. Und? 84. 84. Im ganzen Jahr 84. Bei all den Immobiliengeschäften, die getätigt werden in Berlin und überall in der ganzen Bundesrepublik gab es 84. Notare und Rechtsanwälte haben 38 Verdachtsmeldungen in 2019 abgegangen. Das ist zwar mehr als noch im Vorjahr, aber unterm Strich natürlich wahrscheinlich zu wenig. Und das andere, was passieren muss, denke ich, ist, dass du in Deutschland die Eigentumsverhältnisse von Immobilien viel transparenter machen müsstest. Also es gibt zwar dieses Transparenzregister 2017, kennst du das? Nee, ich hatte das auch nicht so richtig. Was ist das nochmal? Also das ist sozusagen ein Transparenzregister, wo sich eigentlich Firmen, die in diesem Bereich unterwegs sind, eintragen müssen, damit einfach klarer wird, wem gehören diese Firmen. Und das müssen Informationen sein und sollen Informationen sein, die eben nicht im Handelsregister stehen und nicht im Grundbuchamt und so. Aber da tragen sich einfach zu wenig ein. Der offizielle Titel ist die offizielle Plattform der Bundesrepublik Deutschland für Daten zu wirtschaftlich berechtigten. Also du sollst wirklich rausfinden können, gerade bei Immobilien, wer profitiert denn jetzt eigentlich hier von der Immobilie? Wem gehört der eigentlich wirklich? Wer hat ein Interesse daran, dieses Ding zu kaufen oder zu verkaufen? Und diesen Register gibt es und Kritiker sagen, das ist schon mal ein großer Schritt, aber es tragen sich einfach zu wenig Firmen ein und es wird da zu wenig Druck gemacht. Ja und ich meine letzten Endes ist doch die entscheidende Frage, auch welche Menschen eigentlich dahinter stehen. Also wer jetzt quasi wirklich die Personen sind, die von einem Grundstück zum Beispiel profitieren und ich weiß nicht, wenn so ein, das ist ja zum Beispiel in Deutschland bislang nicht notwendig. Du kannst ja ein Grundstück auch als GmbH zum Beispiel kaufen. Dann kannst du natürlich nochmal schauen, wer ist an dieser GmbH beteiligt. Aber jedenfalls als Privatperson bist du völlig überfordert mit der Aufgabe, eine solche Kette von Eigentumsverhältnissen nachzuverfolgen, bist du irgendwann bei den Menschenlandes, denen das Ganze wirtschaftlich betrachtet tatsächlich gehört. Genau und da soll eigentlich dieser Transparenzregister helfen, als Institut gut gemeint, aber muss durchgesetzt werden, glaube ich. Und dann brauchen einfach, wie das in so vielen Themen ist, die Staatsanwälte und Staatsanwältinnen und Strafverfolger einfach mehr Leute und du musst das irgendwie bündeln. Ja, das ist in der Tat auch mein Eindruck aus meiner Zeit in der Wirtschaftsstrafkammer gewesen. Das, wie gesagt, habe ich eben schon berichtet. Und ja, Transparenzregister hin oder her, vielleicht muss man einfach, müsste man tatsächlich dafür sorgen, dass die Eigentumsverhältnisse bis zu den natürlichen Personen offengelegt werden müssen, die dahinter stehen. Ich glaube, das ist letztlich der Schlüssel, denn so Firmenkonstrukte werden immer in irgendeiner Art und Weise intransparent sein. Also es muss ja dann vielleicht, also bei einer Aktiengesellschaft, die unter Umständen Millionen Einzelaktionäre hat, ist es vielleicht nicht so ganz durchführbar. Aber ab einem bestimmten Kapitalanteil kann man das ja, also eine natürliche Person, die direkt oder indirekt einen bestimmten Kapitalanteil hält, müsste man das nachverfolgen können. Und ich glaube auch, dass da einfach mehr Registerpublizität schon helfen würde. Also Strahlverfolgung ist quasi ja das schärfste Schwert, wenn irgendwas richtig angebrannt ist. Aber ich glaube, es würde schon sehr helfen, wenn man einfach nur wüsste, wer sind denn jetzt die Menschen, die hinter bestimmten Grundstücken zum Beispiel stehen. Da hat der Tagesspiegel auch mal eine sehr schöne Recherche gemacht, so eine Datenjournalismus. Wem gehört Berlin? Wem gehört Berlin, heißt die, glaube ich. Und die sind da auch ständig an ihre Grenzen gestoßen, weil es in ganz vielen Fällen einfach nicht aufzuklären ist. Es gibt natürlich immer noch quasi so die ehrlichen Privatvermieter, Familien oder so, denen halt irgendein Haus gehört und die dann auch zu ihren MieterInnen irgendeine persönliche Beziehung haben. Aber in ganz vielen Fällen ist das eben nicht der Fall. Und dann kann man im schlimmsten Fall noch nicht mal Verhandlungen führen. Also in Berlin zum Beispiel gibt es ja auch immer wieder Räumungen zum Beispiel von irgendwelchen Kneipen oder irgendwelchen Kulturzentren und so, wo dann die Menschen noch nicht mal Ansprechpartner haben. Da heißt es dann einfach, ja, das gehört der 47. Immo-Verwaltungs-GmbH und Co. KG und tschüss. Und dann weiß er halt nicht, wer dahinter steht. Eine Sache noch, ich habe noch mit Friedrich Schneider gesprochen, der ist Professor an der Uni Linz, der beschäftigt sich viel mit so Geldwäsche und Schwarzgeld und so. Und seine zentrale Forderung war, wir brauchen auch eine zentrale Geldwäschestelle. Also er sagt, diese ganze Definition, was ist eigentlich Geldwäsche, das ist schon in Deutschland nicht ganz einheitlich, sagt er. Und in der EU schon mal dreimal nicht. Und er meinte, das braucht einfach in der EU eine zentrale Geldwäschestelle, die sich mit diesen Fragen beschäftigt und diese Sachen dann auch verfolgt. Also ich glaube, nächstes Jahr gibt es wieder eine Kontrolle von der Financial Action Task Force. Das ist so ein internationaler, intergouvernmentaler Watchdog, der so Schwarzgeld und so Sachen überprüft, Strukturen. Da ist Deutschland vor zehn Jahren ziemlich schlecht weggekommen. Nächstes Jahr ist wieder eine Überprüfung. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, Philipp, wir schauen noch mal so ein kleines bisschen zurück zu einem Thema, das uns quasi während des Corona-Lockdowns sehr interessiert hat. Da wurde ja die sogenannte Corona-App ziemlich gehypt. Wir haben die in der Lage eher kritisch besprochen, aber im Ergebnis ist für eine gute Idee gehalten, dass sie zumindest mal gebaut wird. Wir erinnern uns alle, das war dann deutlich komplexer. Dieser Bau, diese App hat länger gedauert, als man dachte. Aber nun ist sie seit immerhin 100 Tagen veröffentlicht. Kann man im App Store runterladen. Viele Millionen Menschen haben das auch schon gemacht, Philipp. Und hält denn diese App jetzt tatsächlich die Versprechen, die damals bei Ihrer Einführung gemacht wurden? Also ich habe mir mal die Pressekonferenz dazu angeguckt mit Jens Spahn und von Telekom und SAP und so und die waren alle super happy. Leuchtturm sei das und so, alles super gelaufen und so. Also die waren total happy, aber unterm Strich glaube ich Bisschen dünner? Bisschen dünner und ist glaube ich eine relativ ernüchternde Bilanz, würde ich denken. Wenn wir nochmal gucken, was da damals versprochen worden war. Das ist ja immer ganz gut, wenn man die Leute an dem misst, was sie selber quasi mal zum Maßstab erklärt haben. Also diese App sollte ja, das ist zunächst mal ganz wichtig, rein pseudonym arbeiten, also nicht mit personenbezogenen Daten, auch nicht mit Standortdaten, sondern diese App Das tut sie auch nicht. Das wurde auch eingehalten. Diese App soll einfach nur messen, ob sich Handynutzende über eine längere Zeit näher als etwa zwei Mieter gekommen sind und dann, ganz wichtig, sollte sie so eine Art Alarmfunktion haben. Also wenn ein Nutzer oder eine Nutzerin dieser App positiv getestet worden ist auf Corona, dann soll er oder sie das Ergebnis in der App abrufen können. Also quasi die App soll benachrichtigen über das Ergebnis eines Corona-Tests und dieses Ergebnis soll dann auch geteilt werden können über die App. Das heißt also Kontakte sollen gewarnt werden können, wenn sie sich in der Nähe eines infizierten Menschen aufgehalten haben. Und dann soll man sich eben auf Kosten der Krankenkassen testen lassen können und schließlich und endlich sollte die App auch noch den Gesundheitsämtern die Arbeit erleichtern, indem sie nämlich die Kontaktverfolgung unterstützt. So und jetzt die Frage, was ist daraus geworden? Also fangen wir doch mal an mit der Verbreitung. Das war ja immer ein wichtiger Punkt. Das Ganze kann überhaupt nur funktionieren, wenn möglichst viele Leute das installieren. Jetzt ist die Frage, wie wir haben es denn installiert. Also sie wurde 18, über 18 Millionen mal runtergeladen. Der Stern sagt, das ist wohl mehr als die ganzen Corona-Apps in der EU zusammen. Runtergeladen ist noch nicht genutzt. Leute sagen, 15 Millionen Menschen nutzen diese App. Plus, minus. Immerhin. Klingt erstmal viel. Jetzt kannst du es in Relation setzen zur Gesamteinwohnerzahl inklusive Säuglinge. Da sind das dann irgendwie was, gut 20 Prozent. Dann wäre es nicht so dolle. Nur die Erwachsenen, dann sind wir irgendwie bei 30 Prozent, die das nutzen. Wenn du sagst, wie Timo Höttges von der Telekom, es gibt 50 Millionen Smartphones, auf denen diese App technisch laufen kann, dann sind irgendwie 18 Millionen 36 Prozent. Installationsquote. Viel wenig. Das finde ich ehrlich gesagt sehr wenig, muss ich sagen, denn es spricht ja eigentlich nichts dagegen, sich selber an dieser Warnfunktion zu beteiligen und gewarnt zu werden, wenn man Anlass dazu hat. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, diese 36 Prozent Quote auf den Smartphones finde ich ziemlich enttäuschend. Vermutlich auch ein Ergebnis der doch, wie soll ich sagen, vor einigen Monaten etwas hochgekochten Diskussion um etwaige Risiken. Na gut, aber man muss immer sehen, dass diese Installationsquote von, sagen wir mal jetzt mal über den Daumen, ein Drittel bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich also in einem heiklen Kontaktfall zwei Menschen begegnen, die beide das Handy installiert haben, ja nur ein Neuntel ist. Wenn man ja quasi ein Drittel mal ein Drittel rechnen muss, um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass beide Partner in einer solchen Begegnung diese App auch tatsächlich auf ihrem Smartphone installiert haben. Das heißt 36 Prozent Installquote bedeutet unterm Strich ein Neuntel, also gut so 11, 12, 13 Prozent Wahrscheinlichkeit nur, dass beide diese App installiert haben. Das heißt also, da kann nur ein sehr kleiner Teil der Risikokontakte erfasst werden. Da muss also sich also bei der Installationsquote noch richtig was tun, würde ich sagen. Das spiegelt sich natürlich jetzt auch so ein bisschen bei der Frage, was bringt denn das Ding jetzt konkret für die Pandemiebekämpfung? Und da glaube ich, kann man erst mal so drauf gucken, seit die App veröffentlicht wurde, wurden ungefähr plus minus neun Millionen Corona-Tests durchgeführt. und 1,2 Millionen dieser Testergebnisse wurde in dieses App-System eingespeist. Also die Leute wollten und sollten das Ergebnis über ihre Handy und diese App bekommen. Das sind 13 Prozent. So. 13 Prozent der Ergebnisse sollten über die Handys ausgeliefert werden. Wobei das, noch ganz kurz, nur damit das nicht durcheinander gerät, da geht es jetzt noch nicht um das Einspeisen zum Zwecke der Warnung, sondern da geht es alleine darum, dass die User über diese App erfahren, wie ihr eigener Corona-Test gelaufen ist. Und da sind 13 Prozent nicht so viel. Das mag auch damit zusammenhängen, dass wenn du einen Test machst, musst du auf dem Formular extra einen Haken setzen. Ja, ich will das Ergebnis über die App übermittelt bekommen, sonst passiert das nicht. Und das vergessen offensichtlich viele und es sind viele Labore angeschlossen, aber eben noch nicht alle, weil sich einige weigern. Also da würde ich sagen, okay, da ist noch Luft nach oben, aber jetzt wird es natürlich interessant. Das sind ja nicht nur Ergebnisse, sondern hier geht es ja jetzt um positive Ergebnisse. Also neun Millionen Tests. Und davon waren, seit die App rauskam, 85.000 positiv getestet. Von allen Tests, diese neun Millionen Tests sind alle Tests, die mit der App erstmal nichts zu tun haben. Und von diesen 85, insgesamt 85.000 positiven Tests wurden nur 10.000 über die App übermittelt. Jetzt ist es aber so, dass von diesen 10.000 positiven Testergebnissen, die die Leute übermittelt bekommen haben, da sind nur 5.000 von denen hingegangen und haben gesagt, okay, ich bin jetzt positiv getestet, ich klicke in der App drauf, dass die Kontakte gewarnt werden. 5.000, also nur die Hälfte macht das. Also das ist natürlich ehrlich gesagt eine ziemliche Katastrophe, denn die Hauptfunktion der App sollte doch sein, hey, Kollege, du bist einem infizierten Menschen nahe gekommen, mach was draus, lass dich testen, halte dich von anderen Menschen fern und so. Das heißt also, wenn nur die Hälfte derjenigen, die schon über die App ihr Ergebnis bekommen, trotzdem dieses Ergebnis nicht nutzen, um Kontakte zu wahren, da hat eine Grenze zur Sabotage, wenn die Leute dann einfach das nicht machen, obwohl sie schon in der App das Ergebnis bekommen, finde ich unverständlich. Es haben also nur knapp 6% der insgesamt in Deutschland positiv Getesteten ihre Kontakte über die App gewarnt. Also 6 von 100, die in Deutschland positiv getestet wurden, haben gesagt, ja, ich warne hier meine Kontakte. Und das ist wenig Spahn, sagt Gesundheitsminister, naja, wenn jeder dieser 5.000, die ihre Kontakte gewarnt haben, irgendwie 20 Kontakte hat, dann sind das 100.000 Leute, die gewarnt wurden. Aber unterm Strich ist es trotzdem wenig. Ja, also ich finde, das ist wieder so ein interessanter Fall, je nach Perspektive. Also ich meine, wenn 50.000 bis 100.000 Menschen gewarnt wurden, sich dann tatsächlich am Testen lassen und vielleicht dadurch dann Kettenansteckungen verhindert werden konnten, dann muss man natürlich sagen, es sind auch 50.000 bis 100.000 gewarnte Menschen schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Also diese App ist dann nicht sinnlos gewesen, würde ich mal formulieren. Aber auf der anderen Seite wird die App ganz offensichtlich von doch einer hart mangelnden Bereitschaft der UserInnen zur Zeit noch ziemlich ausgebremst. Und das kann man glaube ich nicht formulieren, oder? Ja, genau. Und das ist glaube ich auch eines der Probleme, die Leute teilen zu wenig. Und was auch noch nicht richtig funktioniert, ist diese offensichtlich diese Benachrichtigung über die App. Also wenn du einen Test machst und sagst, ja, ich will das Ergebnis per App zugeteilt bekommen, dann musst du den hart machen und du kriegst einen QR-Code. Und dann kannst du in der Idee diesen QR-Code scannen mit deiner App und sollst da das Ergebnis in der App erfahren. Das ist eigentlich eine gute Idee, weil das natürlich der schnellste Weg ist. Ja, bevor du dann wieder einen Termin beim Arzt hast und bla 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 und dann sind wieder Tage rum und du hast wieder Leute angesteckt. Eigentlich ist das der schnellste Weg, um ein positives Ergebnis zu kommen. Das funktioniert nur offensichtlich nicht immer. Also es gibt Fälle, wo Leute diesen QR-Code, den sie beim Test bekommen haben, scannen und immer gesagt wird, kein Ergebnis, liegt noch kein Ergebnis vor, liegt noch kein Ergebnis vor und dann rufen die Leute bei ihrem Arzt an und der sagt, ja, ja, Ergebnis ist schon längst da negativ. Oder positiv. Oder positiv, genau. Im schlimmsten Fall dann positiv. Also das scheint auch noch nicht so richtig zu funktionieren, aber die zentrale Frage ist natürlich auch, haben denn die Gesundheitsämter was davon? Das war ja auch ein großes Argument. Genau. Und? Also ich habe mal mit dem Kollegen Andres Hoffmann vom Stern gesprochen, der hat nämlich dazu eine Recherche gemacht, der hat rumgefragt bei den Gesundheitsämtern, so nach dem Motto, hier 100 Tage Corona-App, was bringt euch das denn? Und seine Bilanz oder das Ergebnis der Recherche ist eher ernüchternd. Also das Gesundheitsamt Rosenheim hat zum Beispiel noch von einer Person berichtet, die sich bei Ihnen gemeldet hat wegen der Corona-Warn-App. Und dann kommt das Gesundheitsamt Rosenheim zum Beispiel zu der Erkenntnis, dass die App keine Bedeutung bei der Nachverfolgung der Infektionswege und Anordnung von Schutzmaßnahmen bei Erkrankten und Kontaktpersonen hat. In Hannover gab es auch bisher nur wenige Fälle, in denen es eine Rolle spielte. In Offenbach war es nicht viel anders, Landshut, Dortmund und Ulm und so weiter. Das heißt, für die Praxis der Gesundheitsämter Infektionsketten nachzuvollziehen, hat die App fast nichts gebracht. Das ist auch nicht so richtig überraschend, weil der Datenschutz das sehr stark ist, aber die Politik hat halt anfänglich versprochen, dass die App da helfen sollte und das tut sie bei den Gesundheitsämtern definitiv nicht. Waren die Erwartungen zu hoch gehängt? Also war das nie die Idee? Weil angenommen, ich kriege meinetwegen eine Warnung auf mein Handy, weil ich irgendwie in zwei Wochen jemandem zu nahe kam. Dann kann ich zum Gesundheitsamt gehen und was machen die dann? Dann kann ich mich testen lassen. Also ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie das konkret aussehen sollte mit den Gesundheitsämtern. Denn mal ganz ehrlich, es war doch von vornherein klar, dass diese App absolut pseudonym funktionieren soll. Das heißt, es war explizit nie der Plan, dass die Gesundheitsämter irgendwie die Namen und Adressen der infizierten Personen bekommen. Es sollte doch immer so sein, dass es letztlich von der Eigenverantwortung der Menschen abhängt, ob sie bestimmte Dinge mit der App teilen und ob sie aus einer Info, aus der App irgendwelche Konsequenzen ziehen. Also insofern glaube ich, ehrlich gesagt, ist das mit der Kontaktverfolgung, mit diesem Punkt Kontaktverfolgung erleichtern, so ein bisschen eine Frage des Verständnisses. Also erleichtern insofern, als Gesundheitsämter natürlich Leuten nicht mehr hinterherrennen müssen, die sich selbst bei ihnen melden. Aber unmittelbar sollte die, und sich zum Beispiel melden, weil sie über die App eine Warnung bekommen haben. Aber unmittelbar sollte die App den Gesundheitsämtern nie Informationen liefern. Das war ja gerade einer der wesentlichen Eigenschaften, um quasi die Akzeptanz der App überhaupt zu erreichen, dass man da nicht dann quasi automatisch beim Gesundheitsamt angeschwärzt wird. Ja, aber trotzdem war das Argument schon, soll die Nachverfolgung, Kontaktverfolgung erleichtern. Vielleicht jetzt nicht explizit über die Gesundheitsämter. Ich frage mich nur, wie das gehen soll. Selbst wenn jetzt die QR-Benachrichtigung funktionieren sollte. Selbst wenn mehr Leute das Ergebnis teilen. Selbst wenn mehr Leute den Haken machen bei der, ja, ich will über die App benachrichtigt werden und dann auch teilen können. Dann kriegen halt die Leute die Benachrichtigung und dann müssen sie sich eigentlich schnell testen lassen. Das ist der Mehrwert. Das Coole daran ist, dass die Gesundheitsämter ganz raus sind. Das heißt, es spart eigentlich, wenn das ideal funktioniert, alle Tests werden sofort über die App mitgeteilt und alle Leute teilen ihr positives Testergebnis sofort über die App. Dann sind die Gesundheitsämter raus, weil die Leute selber sehen, oh, ich war in Kontakt, ich habe Risiko und dann eben zum Arzt gehen oder zu einer Teststelle und sich selbst testen lassen. Das ist doch die Idee. Nicht, dass die Gesundheitsämter ihre eigene Arbeit leichter machen können, sondern dass sie einfach weniger Arbeit zu machen haben, weil das System quasi selbsttragend funktioniert. Das war die Idee. Also es soll da jetzt ein paar Verbesserungen geben, haben die Leute dann auch gesagt. Man soll jetzt so Symptome demnächst in die App eintragen können. Das soll auf dem Handy gespeichert werden, also Husten, das soll so ein bisschen den Algorithmus helfen zu bewerten, wie schwerwiegend und dramatisch war denn jetzt ein Kontakt. Wir haben gemessen, länger als 15 Minuten, zwei Meter Abstand, aber hatte Husten, Fieber und war kaum noch bei Bewusstsein. Dann ist der Kontakt schwerwiegender, als wenn es keine Symptome gibt. Aber ich glaube nicht, dass das einen riesen Unterschied macht. Der andere Punkt ist, Anschluss an so ein EU-Gateway, das soll jetzt im Oktober kommen, dass also die deutsche App auch Kontakte messen und austauschen kann mit Apps von anderen EU-Staaten von elf. Da muss man mal abwarten, ob das funktioniert. Also ich glaube, der zentrale Punkt ist, dass die Anbindung der Labore besser funktionieren muss. Man muss vielleicht mal darüber nachdenken, ob man die Leute nicht wesentlich deutlicher in die Richtung bekommt, bei einem Test aller spätestens die App zu installieren. Nach dem Motto, die Teststellen müssen fragen, wie ist denn das so, haben sie denn schon die App? Die haben sie noch nicht. Hier, zack, installieren. Das ist ja offensichtlich eine Stelle, wo man die Menschen mal konkret erreicht. Bitte installiert mal die App und dann ganz deutlich darauf hinweist, hier über die App bekommen sie die Ergebnisse am schnellsten. Dann müssen tatsächlich alle Labore auch mitmachen bei diesem Spielchen. Da muss man eben geeignete Methoden finden, wie man das macht. Keine Ahnung, man subventioniert einfach alle Tests im Einkauf, wo das Ergebnis hinterher per App mitgeteilt wird oder so. Da gibt es ja alle möglichen regulatorischen Möglichkeiten, also unterhalb der Schwelle der Regulierung, durch Anreize, die Labore dazu zu bringen. Wenn die also jedes Mal, wenn sie eine Infektion über die App melden, fünf Euro Gutschrift bekommen, dann glaubst du doch wohl, dass sie innerhalb von zwei Wochen alle online sind. Ja, also da gibt es relativ einfache, glaube ich, Schräubchen, an denen man drehen kann. Und da muss man natürlich sagen, das ist ein Witz, wenn nur jeder Zweite, der ein positives Ergebnis über die App bekommt, dann auch den Warnknopf drückt. Das kann nicht wahr sein. Also da müsste die App den Leuten sehr deutlich machen, wie assi das eigentlich ist, die eigene Infektion für sich zu behalten. Ja, das haben sie auch verstanden, glaube ich. Also dass diese Beschreibung und diese ganze User Experience, wie das immer so heißt, in der App noch Luft nach oben hat. Also die ganzen Beschriftungen und der ganze Text und so, der ist schon oft missverständlich, uneindeutig, verwirrend und so. Da müssen sie arbeiten. Ich meine, die Bundesregierung freut sich wahnsinnig, dass sie dieses IT-Ding gestemmt haben. Und Telekom ist wahnsinnig stolz. Da muss man sagen, ja, das lief gut. Das hat in gewisser Weise Vorbildcharakter, auch wenn es natürlich am Anfang Pannen gab und Probleme gab, die aber auch relativ schnell gefixt wurden. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der App, dass Deutschland beweist, wir können auch IT. Das ist schön, dass das geklappt hat. Das freut uns auch. Aber das kann nicht der Sinn dieser App gewesen sein. Deswegen würde ich sagen, Bilanz ausbaufähig. Ja, ausbaufähig, aber immerhin sind die Probleme jetzt bekannt. Das stimmt. Wir kommen zum Thema, was viele von euch uns schon länger mal ans Herz gelegt haben. Es geht nämlich um das Sorgfaltspflichtengesetz, aka Lieferkettengesetz. Das war, wie gesagt, Hörer-Hörerinnen-Wunsch. Ich habe das auch immer schon aus einem Auge seit Jahren mitverfolgt, weil ich das im Prinzip super interessant finde. Und das stand jetzt wohl, zumindest die Eckpunkte schon mehrmals, ich glaube zwei oder dreimal, auf der Tagesordnung des Kabinetts, um das jetzt mal voranzubringen. Da sind sie immer wieder verschwunden. Und da dachten wir jetzt, okay, dann ist das jetzt vielleicht mal der Zeit, um das mal so ein bisschen auch einer interessierten Öffentlichkeit zu präsentieren, um da vielleicht auch ein bisschen Schwung in die Sache zu bringen. Ja, also Lieferkettengesetz oder Sorgfaltspflichtengesetz, das klingt jetzt ja erst mal wieder so ein bisschen sperrig. Philipp, aber eigentlich geht es um ein gesellschaftliches Problem oder ein Problem aus dem Wirtschaftsleben, das man sich relativ gut vorstellen kann. Genau, also das kennen wir alle. Also die Debatte um Autos, E-Autos vor allen Dingen, Handys, auch Jeans. Irgendwann kommt es ja auch völlig zu Recht zur Frage, ja, E-Auto ist toll, aber bei der Produktion der Akkus kommen Kinder zu schaden und die Umwelt kommt zu schaden, vielleicht unter Umständen. Genauso Klamotten. Klamotten kaufen muss jeder, aber müssen dafür Menschen 15 Stunden am Tag ohne Gewerkschaften und zu ein paar Euro Lohn am Tag beschäftigt werden, irgendwo in anderen Ländern dieser Welt. Sprich, wir konsumieren, wir produzieren, wir kaufen Produkte und machen das aber oft auf Kosten der Umwelt in anderen Ländern und auf Kosten von Menschen in anderen Ländern. Und das muss man ehrlich sagen, das ist einfach ein Scheißgeschäft. Und dieses Lieferkettengesetz will das jetzt mal tacklen. Ja, genau, denn das ist eben einfach so, dass viele Produkte, die bei uns in den Läden hängen und die wir vielleicht auch im Alltag gerne nutzen, die uns das Leben erleichtern, anderen Menschen das Leben alles andere als schöner machen. Um da vielleicht mal ein bekanntes Beispiel zu nennen, das ist ein Fall, das muss man vielleicht aus Transparenzgründen dazusagen, den hat das European Center for Constitutional and Human Rights vertreten. Und das wiederum ist eine Organisation, die mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte sehr eng freundschaftlich verbunden ist. Ja, das vielleicht mal als Hintergrund. Ja, ein Vorsitzender, du bist, ne, genau. Das als Transparenzhinweis. Aber ich habe mit dem ECHR unmittelbar keinen Kontakt. Aber wie gesagt, es sind irgendwie so, ich sage mal irgendwie Buddies von uns. Na gut, auf jeden Fall ging es um folgenden Fall. Und ich denke, der spricht auch für sich, auch ohne diesen Hintergrund. Im September 2012 ist es zu einem schweren Brand in einer Textilfabrik, die auf den schönen Namen Ali Enterprises hört, im pakistanischen Ort Karachi gekommen. Und von den insgesamt 885 Roundabout-Arbeiterinnen und Arbeitern in dem betroffenen Gebäude sind mehr als 250 zu Tode gekommen, verbrannt in diesem Gebäude. Zum Teil bis zur Unkenntlichkeit. Hintergrund waren katastrophale bauliche Verhältnisse in diesem Gebäude, also blockierte Notausgänge. Also man will es sich gar nicht vorstellen, wie furchtbar das dort war. Deswegen diese extrem hohe Zahl von Todesopfern. Und Hauptkunde von Ali Enterprises ist eine Firma, die man gut kennt, nämlich Kik. Also ein deutscher Klamottenladen mit Sitz im nordrhein-westfälischen Bönen. Das liegt im Bezirk des Landgerichts Dortmund. Und vier Angehörige und Opfer klagten nun, dass Kik ja de facto Boss war von Ali Enterprises. Also formal haben die zwar nur Klamotten gekauft, aber dadurch, dass sie eben der wesentliche Kunde waren, hätten sie einen starken Einfluss auf das Geschäft von Ali Enterprises gehört. Und damit seien sie mittelbar auch verantwortlich gewesen für den fehlenden Brandschutz. Und dieses Verfahren war allerdings vor Gericht nicht erfolgreich. Denn das Landgericht Dortmund hatte dann nach pakistanischem Recht zu entscheiden. Da gibt es bestimmte Regelungen des sogenannten internationalen Privatrechts. Also Regelungen, die sich mit der Frage beschäftigen, welches nationale Recht auf einen transnationalen Fall anzuwenden ist. Und da gibt es bestimmte Regeln, die dazu führen, dass in einem solchen Fall tatsächlich pakistanisches Recht maßgeblich ist. Und das Landgericht Dortmund hat dann sachverständlich beratend festgestellt, dass dieser Fall nach pakistanischem Recht bereits verjährt sei. Und wir haben deswegen mal vor dieser Sendung mit Prof. Dr. Remo Klinger gesprochen. Der ist Rechtsanwalt in Berlin und hat in diesem Verfahren als Anwalt Opfer und deren Angehörige vertreten. Und wir haben ihn mal gefragt, was denn seine Hoffnung sei, was sich an der Rechtslage verbessern müsste. Im Grunde ist es ein Globalisierungsproblem. Kik hatte in dem Rechtsstreit, den wir geführt haben, vorgetragen, dass sie doch bloßer Kunde dieses Unternehmens dort sind. So mit dem Beispiel, wenn sie morgens zum Bäcker gehen und kaufen Brötchen und danach brennt die Bäckerei ab, dann haften sie doch auch als Kunde nicht. Und so genau so sei das bei Kik auch. Der Unterschied ist nur, dass Kik zu fast 100 Prozent diese Fabrik dort abschöfte. Diese Fabrik existierte nur, weil es Kik eben gab und weil Kik das wollte. Kik, sagten wir also, war nicht nur Kunde. Kik war der Boss im ganzen Laden. Rechtlich ist es aber nicht so einfach. Denn ob gesellschaftsrechtlich und zivilrechtlich eine Verantwortung für derartige Zuliefererbetriebe besteht, ist nicht geklärt. Ein Sorgfaltspflichtengesetz kann das endlich klären und muss es klären. Denn man kann zwar die Produktion in den globalen Süden auslagern, aber nicht die Verantwortung. Die bleibt bei einem Unternehmen. Und die Unternehmen müssen zumindest das ihnen Mögliche tun, damit gravierende Menschenrechtsverletzungen. Und da reden wir über Kinderarbeit, da reden wir über Sklavenarbeit, über Zwangsarbeit, Diskriminierung von Frauen und grundlegendste Sicherheitsanforderungen, dass die eingehalten werden. Ja, soweit Rechtsanwalt Klinger zu seinen Hoffnungen. Aber Philipp, ob denn jetzt tatsächlich ein Sorgfaltspflichtengesetz oder ein sogenanntes Lieferkettengesetz tatsächlich diese Erwartung erfüllen wird, das ist wohl ganz offenbar noch nicht ausgemacht. Nee, genau. Dass dieses Gesetz kommt, da scheinen sich alle einig zu sein, das will jetzt auch Merkel. Und es gibt ja auch einen nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte, in dem das weitestgehend vorgesehen ist. Und der steht auch im Koalitionsvertrag. Also da steht dann, falls die wirksame und umfassende Überprüfung des nationalen Aktionsplans 2020 zu dem Ergebnis kommt, dass die freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen nicht ausreicht, werden wir national gesetzlich tätig und für EU-weite Regelung einsetzen. Also diese Idee, es muss ein Gesetz geben, was in irgendeiner Form Firmen hierzulande verantwortlich macht für das, zumindest in Teilen, was bei ihren Zulieferbetrieben rund um den Globus passiert. Das soll kommen. Und es war erst mal auf freiwillige Regelungen gesetzt worden. Und dann gab es irgendwann eine Umfrage, oder es ist genauer gesagt, es gab zwei Umfragen, so nach dem Motto, das wollen wir jetzt mal überprüfen, wie gut das mit dieser freiwilligen Regelung und der Übernahme von Verantwortung für die Zustände bei Zulieferern so funktioniert. Und das war dann doch ziemlich ernüchternd. Ernest & Young hat eine durchgeführt. Da kamen dann 20 Prozent der befragten Unternehmen ab 500 Mitarbeiter zu dem Ergebnis, ja, so ein bisschen was tun wir schon. Wir nehmen da unsere Sorgschaftspflichten irgendwie wahr. Das Problem war nur, das war eine Selbstauskunft zum Ankreuzen. Ob diese Selbstauskunft stimmt, das wusste niemand. Und dann war auch noch das Ergebnis so, dass sie zwar gesagt haben, 20 Prozent, das ist aber arg wenig. Jetzt machen wir mal noch eine. Und bei der zweiten Umfrage waren da nur 17 Prozent der befragten Unternehmen der Meinung, dass sie etwas tun für ihre Zuliefererketten. Also da waren selbst, glaube ich, Leute in der Regierung so weit, dass sie gesagt haben, okay, also freiwillig scheint nicht zu funktionieren. Wir brauchen ein Gesetz. Und dieses Gesetz fordern übrigens auch einige Unternehmen, also Rewe, Rittersport und so, haben sich für so ein Gesetz stark gemacht. Also, dass dieses Gesetz kommen soll, da, glaube ich, sind sich sehr, sehr viele einig. Die Frage ist, was soll in diesem Gesetz drinstehen? Und es gibt noch keinen Gesetzentwurf, 2019 gab es mal einen, da war Klinger auch mit dran beteiligt. Aber im Kern geht es jetzt um Eckpunkte, die geleakt sind. Und das ist ja immer so dieses Verfahren, bevor ein Gesetz gemacht wird, muss das Kabinett sich auf Eckpunkte einigen. Und darauf basierend wird dann ein Gesetzentwurf geschrieben. Wir sind also jetzt dabei, diese Eckpunkte zu finden. Und die sind eben, wie gesagt, dreimal oder so von der Tagesordnung des Kabinetts runtergeflogen. Weil sich eben Müller und Heil, also Entwicklungshilfeministerium und Arbeitsministerium auf der einen Seite, die sich dafür sehr stark machen, und Wirtschaftsministerium unter Herrn Altmaier nicht einig werden. Und diese vier strittigen Fragen sind im Kern. Für wen soll das Gesetz gelten? In diesem nationalen Aktionsplan steht drin 500 Mitarbeiter. Also, wer 500 Mitarbeiter hat, soll an dieses Gesetz gebunden sein. Bundeswirtschaftsministerium sagt, 5000 Mitarbeiter soll die Grenze sein. 5000 Mitarbeiter. Ja, und da sagt natürlich Remo Klinger nie. Also, dann betrifft es nur noch ganz wenige Unternehmen. Also, manche sagen so um die 200 nämlich nur noch. Und da wiederum sagen, solche großen Unternehmen haben in der Zwischenzeit normalerweise schon Compliance-Abteilungen eingerichtet. Also, Remo Klinger zitierte einen Manager von einem großen DAX-Unternehmen, der ihm sagte, na ja, also wir haben inzwischen quasi bis ins vierte Glied verfolgen wir die Lieferketten nach. Das heißt, also Großkonzerne haben da in aller Regel einfach aus lauter Angst, dass die Marke beschädigt wird, schon ganz gute Compliance-Regeln freiwillig umgesetzt. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht da auch noch schwarze Schafe geben mag. Aber wenn man das wirklich auf so große Unternehmen begrenzen würde, dann würde das weitgehend leer laufen. Deswegen ist die Zahl der Mitarbeitenden in den Unternehmen so ein wichtiger Punkt. Der zweite große Streitpunkt ist, soll die Verantwortung, wie auch immer die dann ausgestaltet ist, aber soll die Verantwortung für die ganze Lieferkette gelten oder nur für direkte Zulieferer oder den Zulieferer davor? Und das ist halt, wie gesagt, ein Streitpunkt. Und Kritiker sagen, wenn wir dann eine harte Grenze einziehen, also sagen, ein deutsches Unternehmen mit 500 Mitarbeitern ist nur verantwortlich für den ersten und zweiten Zulieferer in der Lieferkette, dann schalten halt Unternehmen ein paar Zulieferer dazwischen und sind sie raus aus der Verantwortung. Also das ist alles unentschieden, es ist alles offen. Die einen sagen, wir müssen die gesamte Lieferkette wirklich bis zur Fabrik, bis zur Näheren in Bangladesch absichern. Das können wir nicht machen, sagt die Wirtschaft. Das ist unpraktikabel und nicht machbar. Und deswegen können wir eigentlich nur Verantwortung übernehmen für die ersten zwei, drei in der Kette. Das wäre klar, ist sofort offenkundig, wieso das eine wichtige Stellschraube ist. Und da würde mir spontan einfallen, naja, man könnte ja zumindest mal Transparenzpflichten festlegen bis zum Ende der Lieferkette. Und dann könnte ein Unternehmen ja einfach öffentlich bekannt machen, bis wo es die Haftung übernimmt. Das wäre, finde ich, das absolute Minimum, dass man sagt, naja, es gibt so bestimmte Haftungsverpflichtungen auf einer bestimmten Zahl von Stufen. Aber eine komplette Verpflichtung, die Lieferkette transparent und nachvollziehbar zu machen. Und dann könnte man ja sofort erkennen, wo das Unternehmen haften will und wo nicht. Fände ich jedenfalls mal einen Ansatz, der jedenfalls die Diskussion voranbringen würde. Der dritte Punkt ist, auf welche Punkte soll sich eigentlich die Verantwortung beziehen? Soll sich das nur auf Probleme mit Menschenrechten, also Arbeitsbedingungen, Bezahlungen und sowas beziehen? Oder soll auch der Schutz der Umwelt mit drin sein? Selbst das ist umstritten. Da scheinen es Wirtschaftsverbände zu geben, die sagen, Menschenrechte ist okay, aber wir können jetzt nicht auch noch da Verantwortung für übernehmen, ob da irgendein Unternehmen einen Fluss versaut. Und der letzte und der strittigste Punkt ist, soll es eigentlich eine zivilrechtliche Haftung geben? Also sollen Unternehmen zivilrechtlich haften für Probleme in ihrer Lieferkette? Und da ist das ganz Entscheidende, und das fand ich auch ganz interessant bei dieser Recherche, dass der Tatbestand in so einem Gesetz, zumindest laut diesem nationalen Aktionsplan, nicht lauten soll, da gibt es Kinderarbeit im siebten Glied und deswegen ist das deutsche Unternehmen dafür haftbar zu machen. Sondern der Tatbestand soll sein, dass die Unternehmen sich kümmern müssen, um die Wahrscheinlichkeit, dass es Kinderarbeit im siebten Glied ihrer Zulieferungskette gibt, zu minimieren. Also das, worauf diese Haftung abzielt ist, sie müssen sich angemessen kümmern. Ja, und das ist ja doch, was Remo Klinger angedeutet hat. Ein Unternehmen, was zu 100 Prozent Kunde war fast, bei einer Näherei in Bangladesch, hat natürlich unter Umständen eine andere Verantwortung und muss mehr tun, um angemessen sich zu kümmern, als ein Unternehmen, was nur einmal im Jahr eine Hose bei irgendjemandem kauft. Ja, und mal ganz ehrlich, und wenn du natürlich so einen bossähnlichen Status hast, weil du nahezu 100 Prozent des Umsatzes machst, dann kannst du auch irgendwann nicht mehr plausibel Geld machen, du hättest dich bemüht. Denn als de facto Boss musst du dich nicht nur, oder bedeutet bemühen, dann eben eine Ansage zu machen. Das ist auch Teil dieser geleakten Eckpunkte aus einem der Ministerien. Da steht das drin, das Gesetz begründet eine Bemühungs-, keine Erfolgspflicht. Also das heißt, nach dem Gesetz, zumindest so wie das in den Eckpunkten skizziert ist, die da jetzt debattiert werden, müssen die Unternehmen sich bemühen, angemessen bemühen, die Bedingungen ökologisch und menschenrechtlich zu verbessern. Sie müssen damit keinen Erfolg haben. Das heißt, wenn sie dann keinen Erfolg haben, sind sie nicht automatisch haftbar. Sie müssen nur nachweisen, dass sie sich angemessen bemüht haben. Und das soll dann eine Behörde überprüfen. Also da soll man dann Beschwerde einreichen können. Hier, dieses Unternehmen kümmert sich nicht angemessen. Und dann soll die Behörde hingehen, um das zu überprüfen. Wie gesagt, das sind die Streitpunkte, um die es gerade geht. Und es gibt, wie gesagt, noch keinen Gesetzentwurf. Ich habe Herrn Altmaier mal angechattet, Wirtschaftsminister, weil er ja mit seinem Ministerium offensichtlich jetzt derjenige ist, der da auf der Bremse tritt. Vor allen Dingen mit der Forderung, dass das erst ab 5000 Mitarbeitern gelten soll, dieses Gesetz. Und er sagt, kein Kommentar, solange die Ressortabstimmung läuft. Es sei vereinbart, zunächst Eckpunkte zu erarbeiten und im Kabinett zu beschließen, auf deren Grundlage dann der Gesetzentwurf erstellt werden soll. Okay, das ist das normale Prozedere. Also da keine substanzielle Antwort von ihm. Das ist aber natürlich insofern eine Antwort, als man deutlich sehen kann, dass da die Fronten ziemlich verhärtet sind und es eben einfach noch keine klare Einigung gibt. Das muss man schon sehen, ja. Ich finde, es ist halt für diese ganze Debatte, weißt du, unser Kapitalismus, wir konsumieren, wir setzen auf E-Autos und so weiter und so fort, dass wir irgendwie als Staat verankern, dass wir nicht eins zu eins verantwortlich sind und für jede Unterschreitung des Mindestlohn in Bangladesch haftbar gemacht werden können. Das ist klar, aber dass wir irgendeine Art von angemessenem Nachweis der Verantwortung und der Bemühungen, das zu verbessern, dass wir das etablieren, da finde ich, ist about time. Und die Wirtschaft, das sollte man der Vorständigkeit halber noch sagen, es sind vor allen Dingen die großen Lobbyverbände der Wirtschaft, die argumentieren, der Aufwand ist zu groß, das sei nicht praktikabel und es würde halt zu Ungerechtigkeiten führen, weil es natürlich nicht in allen Ländern diese Gesetze gibt. In Frankreich und anderen, dann gibt es das schon. Ja, also das ist, glaube ich, auch der zentrale Punkt, dass man immer so schön als das Level Playing Field bezeichnet, also quasi gleiche Wettbewerbsbedingungen. Was natürlich ein Problem wäre, ist ja, wenn also Unternehmen in Deutschland hier mit Haftungsrisiken belastet würden oder jedenfalls mit sich kümmern müssen, Risiken, einfach weil das natürlich Geld kostet. Und wenn die natürlich im Wettbewerb stehen mit anderen Unternehmen, die diese Verpflichtung nicht haben, dann ist das einfach möglicherweise unfair. Aber da muss man dann halt einfach sagen, na ja gut, möglicherweise kann man dann ja da wiederum Kennzeichnungen einführen. Also das Problem ist natürlich, dass wir das erstmal nur in Deutschland regeln können, aber in der EU gilt ein Binnenmarkt. Das heißt also, ein französisches oder italienisches Unternehmen, das da weniger strengen Regeln unterliegt, konkurriert direkt mit einem deutschen Unternehmen, das dann möglicherweise strenge Regeln hat. Das ist dann eben, das ist tatsächlich so. Insofern finde ich, kann man dieses Risiko auch nicht vom Tisch wischen. Da wiederum wäre dann der deutsche Gesetzgeber aufgefordert, Mechanismen zu entwickeln, wie man dieses Risiko wieder kompensieren kann. Und da ist ein Mittel ja zum Beispiel eine Kennzeichnung, dass du halt auf so einer Ware eine Kennzeichnung anblicken kannst. Ich sage jetzt mal ein Human Rights Fairness Siegel, wodurch dann ein deutsches Unternehmen im Wettbewerb sagen könnte, nee, also unsere Klamotten sind fair gehandelt. Und das würde dann vielleicht für Klamotten aus, keine Ahnung, aus sonst wo nicht gelten, weil die eben nicht diesen strengen Regeln unterliegen. Also ich finde, Philipp, das moralische Argument unterschreibe ich total. Ich finde aber den Einwand der Wirtschaft jedenfalls nicht völlig abwegig. Und da sollte man sich schon auch Gedanken machen, wie man das irgendwie hinbekommen kann, dass das zu einem möglichst geringen Wettbewerbsnachteil führt, wenn da quasi Mehrkosten entstehen. Ja, das muss man auch der Vollständigkeit halber sagen. Also diese 60 Unternehmen oder so, die ja so eine Kampagne oder so einen Aufruf gestartet haben für so ein Lieferkettengesetz, die sagen auch nicht explizit, dass sie gerne zivilrechtlich haften würden, sondern sie reden, glaube ich, von verbindlichen Maßstäben, was immer das auch heißt. Aber das zeigt, dass nicht die komplette Wirtschaft dagegen ist, sondern es sind natürlich vor allen Dingen die Verbände. Aber ich würde auch sagen, natürlich gibt es da auch Belange und natürlich greift das in deren, wie sagt man, wirtschaften unter Umständen massiv ein. Gibt auf der einen Seite wahrscheinlich auch Image-Plus-Punkte und so. Aber ich würde auch sagen, genau so ein Label mit unterliegt dem deutschen Lieferkettengesetz oder folgt dem deutschen Lieferkettengesetz oder so, das wäre wahrscheinlich schon ein Punkt. So, jetzt haben wir euch lange genug hier in die Ohren geblasen. Die Lage der Nation ist abschließend und umfassend erörtert. Wir haben alles zusammengekehrt, was uns in dieser Woche relevant erschien, um noch so ein paar Plattitüden abzusondern. Wir haben sogar noch ein bisschen aus diesem Pad rüber geschoben in die nächste Woche, weil wir aus Gründen bestimmte Sachen diese Woche noch nicht besprechen wollen. Sonst wird es auch wirklich zu lang. Schönes Wochenende. Macht es gut und vor allem schenkt uns ein paar Sternchen oder noch besser ein paar freundliche Worte, wenn euch danach ist im iTunes-Store. Das hilft uns immer sehr, gefunden zu werden in diesen Charts. Die gehen ja immer sehr danach, wie viele Punkte man so sammelt. Aber vor allem habt ein schönes Wochenende erzählt von uns und bis bald. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.